ist ganz schön laut ich hoffe euch geht's gut was habt ihr denn schönes gemacht bei Mario Kart mir ist es egal was wir machen ob wir mit Randoms spielen ob wir Kill Your Friend machen es ist immer abhängig davon wie viele jetzt noch dabei sind ich wollte gerade sagen wie sind wir denn also Azuma Schlaupi Wari ich wer noch doch so viele hallo Freunde also ich bin nach Ostrei das ist ein ganz komisches Spiel ah ich hab nicht ja die Probleme hatte ich aber auch gerade ich kam auch nicht mehr rein ich bin rausgekickt worden und dann ja bei dir geht's noch relativ schnell also ich hab das Spiel gestartet Stream ist an Hallo Vari du wirst ja auch irgendwie ein Profi Hallo Hallo Möchte die kleine Refresh sich anschließen? Äh ich weiß nicht ob ich das schon hinkrieg ja was sind da nicht hinzukriegen eben wir sterben einfach alle und dann wir fluchen alles gut Hallo ich bin der Vari und ich bin auch dabei okay okay dann sind wir fünf ja passt doch perfekt angepasstes Spiel sehr schön ich hab jetzt nicht mehr gezählt oder? nein war das war das über Steam oder worüber war das? ja also ich hab's über Steam ich komm da doch ganz durcheinander mhm also ich hab's über Epic Ach Leute jetzt verwirrt mich beides okay für meinen Chat ja was ist das eigentlich nicht gut zur Information ihr hört jetzt Schlaubi Laupi Refresh Sarakuro Ryuka Dragonheart und vielleicht sobald er noch dazukommt Asuma mhm mhm ja sichi ja aber du wirst mir gar nicht angezeigt tja ah da dann musst du vielleicht nochmal dingsen vielleicht ist meine Anzeige ja noch im toten Bereich oh ist er schon im Wartebereich ja guck mal der ist gerade reingesprungen so Hallöchen Asuma moin ja hier direkt eine Einjag Asuma Asuma Curry moin wie wo seid ihr hier was ist das für ne Frage annehmen der Einladung fehlgeschlagen weißt ich hab doch angenommen Harry verlässt die Gruppe hä alles klar fängt gut an na nicht halt wie ein anderes ein ja ähm kann ja nur chaotisch werden bei mir muss es nur noch laden also wow ich habe annehmen geklickt bist du auch da ja sehr gut bei mir bist du nicht da ich bin auch eigentlich nur da um Lobby reinzuhören hm bitte ich hab dich du bist voll leise dann musst du ihn lauter regeln ich werde es nicht machen 300% also weiß ich ja nicht soll ich würdig lauter machen nein jetzt kann ich lieb es sein habt ihr das schöne abgefuckte nein gehört ich liebe es Entschuldigung das sollte gar nicht so rauskommen ist voll okay es war wirklich äh aufnehmenswürdig hast du mal oh komm ah warum so ruhig vielleicht ist er krank ja oder er freut sich schon auf Wesker total er freut sich eher darauf dass ich wieder rum rumschreien werde hm das werde ich auch ich muss gestehen bis auf das Tutorial habe ich dieses Spiel noch nie gespielt hm das stimmt doch gar nicht du hast dann mit uns gespielt hä ne ich hab mit euch gespielt ach so oh Gott das ist ja auch noch einmal warum plötzlich so viele Frauen hier am Start was ist denn los Entschuldigung ich kann mich gar nicht auseinanderhalten schrecklich ja Frau ist Frau alle gleich ey okay ich brauch noch ne Einladung ich brauch noch ne Einladung ich hab noch eine Klage dazu Frechheit hier irgendeine Unterstellung und so annehmen kann ich jetzt eigentlich schon meinen ganzen Kram reinbuttern oder muss ich jetzt warten bis wir auf Kill Your Friends gegangen sind oder sind wir schon auf Kill Your Friends wir sind schon bei Kill Your Friends genau da kannst du nichts reinbuttern also ich meine so in meine Talente und so meine ich also ich den ganzen Kram schon reinmache das meine ich ach das ist überbewertet das kannst du machen ohne Kram einfach reinspringen ja hast du auch recht lohnt sich auch gar nicht könnt ihr mir nochmal ganz kurz sagen was ich machen muss weglaufen vor mir ich will nicht dass Vari der Böse ist ich weiß er wer als erstes stirbt okay muss ich irgendwas tun ihr macht so Dinge ich weiß was macht ihr denn was war wegen Ausstattung oder ja genau kurze Erklärung dann also es gibt hier zum Bleistift gibt es wenn du auf Gegenstand klickst kannst du dir halt zum Beispiel eine Toolbox aussuchen dadurch kannst du schneller Generatoren fertigstellen bei Erste Hilfe Koffer kannst du halt Leute schneller heilen oder dich heilen das sind eigentlich die zwei wichtigsten Sachen so für den Anfang so die anderen Sachen wie zum Beispiel Cracker oder Taschenlampe kann man nicht empfehlen sollte man ja sollte man spielen wenn man das schon so ein bisschen intus hat das Game okay also dann musst du dir da erstmal ein Gegenstand aussuchen und dann kann ich dir auch was zu den Zusätzen sagen so Moin Cheesy Teufelseser tut mir leid aber da musst du dir eine Verabredung halt absagen und hier zugucken was da los bei mir steht bei allem was ich nehmen möchte was gelb ist dass das irgendwie nicht im Blutnetz verfügbar ist das ist egal das ist genau das gilt aber für dieses Spiel nicht das kannst du einfach nehmen du hast hier alles was es in diesem Spiel gibt kannst du jetzt einsetzen okay dann nehme ich den Sunny-Kasten dann würde ich dir raten aber so einen Orangenen zu nehmen weil das sind die besten Sachen jetzt erstmal ja genau den hab ich auch naja für mich ist es mehr orange genau den hab ich genommen so Asuma dann haut du mal jetzt hier was raus an ich muss ein Korz noch was muss ich raushauen ja erklär mal die Zusetzung ich bin in der Küche äh warte also du hast den äh das Medi-Tipp mit äh ja kommt drauf an wie du spielen willst also wenn du die rote Spritze nimmst also bei den Zusätzen äh die kannst du nutzen und einen damit heilen äh also beziehungsweise die Spritze äh reindonnern und dann wird der über einen bestimmten Zeitpunkt geheilt mhm dann ist halt dein Sonnykasten aber auch weg weil der äh wird verbraucht komplett sofort okay äh dann gibt es noch dieses Gelbe dieses äh was es auch nicht mehr gibt dieses äh aus dem äh Midnight-Ruf da ist es so äh da wirst du für fünf Sekunden äh für 20 Sekunden äh ein bisschen schneller also wenn du geheilt wirst also wenn der geheilt wird mit der Spritze Entschuldigung könnte das nur bitte einmal kommen was Leckerchen für Jusy äh was Kontext Kontext ich hab ein äh ich hab ein Snack für Jusy hab ich schon ausgerichtet zwei Stück zum Preis von einem ist das nicht toll mhm total toll ja sie hat nur eins gekriegt zweimal Punkte nein 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 du hast nur einmal Punkte verloren aber dafür wurde zweimal der Text getriggert warum auch immer nachhalt ich wähle einfach erstmal irgendwie ein bisschen was aus und guck dann was passiert ja probier dich genau das gleiche mach ich auch ganz im Endeffekt könntest du glaube ich auch beide Spritzen nehmen dann kriegt der äh jene den du heilst beide Buffs also dass der geheilt wird und ein bisschen schneller ist das hab ich jetzt sogar gemacht könnte ganz hilfreich sein ich probier das einfach mal nachher vielleicht noch ein bisschen spielen ne und dann der eine oder andere verlässt uns ja dann könnt ihr ja reinschubbern so lange könnt ihr ja ein paar Runden zusammenspielen was ist los mit euch genau weniger mi 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 mehr Aktion hier bitte ich hab das Spiel extra geupdatet dann let's go jetzt will er auch nicht mehr kommst du auch jetzt mal hierher oder guckst du mich nur dumm an also ich bin fürs dumm angucken ja ne er kommt er bewegt sich seht ihr ihn er kommt komm her Schatz ach der Kuh bin doch schon da ich hab jetzt einfach mal auf bereit geklickt mal gucken was passiert wenn Schlaupi fertig ist sind wir bereit ey ich bin ich bin immer bereit ich kann ich kann Monika singen hier wird erstmal Katze gestreichelt das ist viel wichtiger als bereit klicken also man merkt es nicht ich will dass er komm was ja isst du nicht jense die das spielt ja das glaub ich dir sogar Curry ohne Scheiß dir würde ich das ich find seine Augen voll toll soll er doch machen ist Curry nicht derjenige der das letzte mal nur mitgespielt hat weil ich freundlich drum gebeten habe ja glaub ich schon ich mag Curry war es das Essen oder ist das eine Person sowohl als auch cool sympathisch genau hübsches Rio klein ne hast du der Rio richtig was warum bist du raus hä ich bin nicht raus bei mir stand kein hä Verbindungsfehler das Game ist heute nicht zu belastet na Verbindung wird hergestellt Verbindungsfehler keine Verbindung zu den Online-Diensten möglich das hatte ich vorhin auch Leute die Wesker spielen wollen heute weißt du deswegen ist es noch ein bisschen das ist jetzt so voll special oder was Curry ist immer special also der Künstler ist halt echt hart ähm nein ich hab kein Cat Command aber könnte ich einführen aber was passiert dann da die Frage ein Haufen Emotes und ein Bild von Miauu 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 Ja das ja ich hab ja eigentlich aber bitte genau das Miauu ja so können wir es bitte aufnehmen hast du doch schon Miauu können wir alle einmal Miauu 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 Und sie meinte, nee. Dann sag ich, mach doch mal böse Katze. Und sie guckt mich an. Mau. Ich so, nein, was ist das denn jetzt gewesen? So weiß ich nicht. Die Frau ist ein bisschen... Dankeschön für dein Follow, Baby Orca. Jetzt steht da schon seit einer halben Ewigkeit, Charaktere werden geladen. Oh je. Ja, also das Spiel scheint heute echt... Du spielst ja gerade heute. Ja, weißt du, jetzt muss ich schon seit April. Jetzt, wo die Seltenheit mal da ist, weißt du? Wie geht's dir denn, Curry? Geh nochmal raus und start nochmal neu. Okay. Aber gut zu wissen, ich wusste es nämlich auch nicht mehr. Flappi zieht den Katzenkostüm an. Wieder bei 33 Grad, ja? Ja, der Guni spart gerade drauf, mein Kängurukostüm einzulösen. Wie gesagt, ne, Respekt, dass du das durchgezogen hast, meine Hitze. Ja, danke. Mir geht's ganz gut, hab das neue DLC geholt von Dead by Daylight, wegen Wesker. Mhm, mhm, mhm. Weißt du, alle sagen so, oh, Wesker ist so krass und Pari so, was? Wer zur Hölle ist, weißt du gar nicht. Das hat irgendwas mit Resident Evil zu tun. Ja, irgendwas ist tatsächlich korrekt. Wäre schrecklich. Und ich glaube, das ist der neue Killer, oder? Nee. Weißt du, weißt du, 50-50-Chance, verkackt. Nein, du hattest recht, du hattest recht. Aber guck mal, wenn Curry sich, äh, das neue, äh, Chapter geholt hat, dann musst du auch D-B-D-Zocken. Und nicht nur, wenn einer danach fragt. Ist halt echt so, ich seh dich nie D-B-D spielen. Könnt ihr aufhören, auf Curry rumzuhacken? Nein. Nee, dann wird er feiner und leckerer und dann genießt du ihn viel mehr. Curry, ich distanziere mich von diesen Aussagen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Einladung verschickt. Ja. Vielleicht ist deiner Gruppe beigetreten. Ich versuch's zumindest. Aktuell habe ich noch einen Lade-Street. Ich hab doch gar keine Pipo. Ich hab nur Snack für die Kids. Das ist das Einzige. Und Emotes. Ja, und Emotes, die übrigens hochgeladen sind. Achso, Mann. erwähnt haben. Look at my butt. Warte, jetzt muss ich auf die... Äh, Ryu? Ich soll dir ausrichten, dass du ein hübsches Kleid anhast. Ja, das trage ich tatsächlich auch normalerweise im Stream, aber heute dachte ich mir so, nee, komm. Heute mal männliche Kleidung. Ja, weil sonst würde ich mich ja sexuell belästigt fühlen und so. Richtig, das will ich gar nicht, 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 nicht. Das geht nicht. Okay, ich bin dann mal bereit. Danke fürs Warten. Ach, immer doch. Sag mal, Azuma, du hast ja aber schon wieder massig einen Clip Money reingebuttert in das Spiel, ne? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Wieso hat Feng Min dann das Cosplay von Jill an plötzlich? Weil ich das toll ver... Weil du es gekauft hast. Curry, ich hab da schon mitgepricht. Ja, die sind die 10 Euro. Aber ich mag den neuen Natsch und nicht so. Die hab ich noch nicht. Hallöchen, Natschi. Aber den find ich geil. Curry, wir machen das einfach demnächst anders. Du wendest Azuma und Ryuka den Rücken zu und du wirst der neue Oberguru-Lehrer für Dead by Daylight für mich. Boah. Aha. Könnt ihr? Weil das auch so gut klappt. Hallo? Ja, der wird wieder rumgenölt. Diese Fliege ist wieder um mich herum. Ja, das ist ein Insiders. Tut mir leid. Ich habe das letzte Mal Azuma nett betitelt. Boah, du bist lästiger wie eine Fliege in einem Scheißhaufen. Dann weiß ich ja, wer gleich jetzt erst ist Felt. Ja, Laupi. Ja, ich werde auf jeden Fall als erstes sterben. Das weiß ich jetzt schon. Nein. Und wenn ihr vor ihm steht, er wird durch euch durchrennen und wird nur mich jagen. Glaube ich nicht. No. Ihr Lieben, Dank Curry. Azuma, wir warten alle nur auf dich, ne? Ja. Schon. Irgendwie. Na endlich. Sag das doch. Kleines Wesen, dann, äh, Dankeschön fürs kurze Reingucken und, äh, gute Nacht, alter. Gute Nacht, alter. Wie war denn die Steuerung nochmal, by the way? Ja. Ja. Äh, ich könnte dir den vom, vom Controller erklären, auch. Mh, mh, mh. Ich hab auch schon wieder vergessen, wie es geht, ne? Ich hab auch gar keinen Plan, aber. Ja. Das macht nichts, das macht nichts. Learning by doing. Muss man jetzt was auswählen oder was passiert jetzt? Nee, das ist, glaub ich, was wir alle ausgewählt haben. Oh, Mori. Mori hat Mori mitgenommen. Ja. Schlappt uns alle ab. Zweimal hängen und dann geile Zähne, alter. Also, wir müssen, wir müssen vor Bari weglaufen, richtig? Nein, ihr dürft gerne vor mir stehen bleiben. Nee, das ist ja nicht. Es wird gekuschelt. Ach so, ja klar. Ich will nicht mit Bari kuscheln. Also, ich schätze, Bari ist die Jägerin. Ich krieg ihn gar nicht mal angezeigt, was er ist. Ich glaube, bei Kill Your Friends wird das, glaub ich, gar nicht angezeigt. Hä, aber das haben wir doch letztes Mal auch gehabt. Doch, das wird angezeigt, aber nur, glaub ich, wenn du es einmal spielst. Bari ist auch zu doof zum Kuscheln. Woher weißt denn du das, Koro? Aha. Okay, Leute. Jetzt kommen die Geheimnisse. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Kannst du das richtig vorlesen? Kann man auch rennen? Ja, okay. Ich such gerade noch die Renntaste. Also, ich weiß nicht, ob das Schiff... Ja, kann ich rennen. Irgendwie rüben mein Spiel gerade einfach. Oh, verkackt. Ah, okay, cool. Mhm. Verstehe. Ich stehe doch nix so. Ich weiß gar nicht mehr, wie mal rennen. Wie renne ich denn noch mal? Mit Schiff. Ich weiß... Entschuldigung. Ah, ich spiel doch mit Controller. Ach so, ja, das weiß ich nicht. Mein Spiel hängt einfach voll. Ihr seht nicht. Oh Gott. Ich finde keine Generatoren. Nach oben gucken hat mir Asuma beigebracht. Du bist gerade an einem vorbeigelaufen, aber der ist fertig. Alter, ist das bei Schlaupi. Ah, hallo. Hallo, Menschen. Moin. Ich lauf euch mal hinterher, ja? Ja, mach das. Ich hab noch niemanden gesehen. Oh, oh. Klar. Wie sehen die denn aus, die General... Ah! Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Warum schlägst du denn die Frau? Aua, Vahri, hör auf damit. Was muss ich denn machen hier? Wiggle! Ich weiß nicht, wo er ist. Frech halt. Was ist er denn? Oh, der hat aber einen kleinen. Du sollst nicht von dir auf andere schließen. Ein geiles Quicktime-Event, Mensch. Ach, Vahri. Oh. Oh. Warte, warte, warte. Hä? Das hält sich Healing Hands. Oh ja. Was hört die eine denn so? Das ist, weil er mich schon geschlagen hat und deswegen heul ich jetzt. Die ganze... Äh, und Reflash, bitte nicht, äh, versuch dich selbst zu befragen. Ja, das ist ganz schlecht. Okay, warum funktioniert das nicht? Weil du nur 7% Chance hast. Nur 10%? Ah, okay. Also einfach hängenbleiben. Und warten, bis die anderen kommen. Okay, danke. Ach, nett von euch. Fertig. Asua? Willst du mich hier gerade umbringen? Instant? Oh nein, was sind denn das immer für scheiß Fallen? Ja, die liegt Vahri aus. Das ist eine Fähigkeit von dem Killer. Ach, Vahri, lass mich in Ruhe. Nö, nö. Hey, eigentlich hatte ich was, damit ich hier einen Fuchtversuch machen kann, ne? Ja, aber das ist, das ist fast nicht machbar. Wo ist denn das immer für scheiß Fallen? Ja. 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 Und die Flasche wurde geholt. Getötet. Ich meine... Ich muss irgendwie ein Teil oder so gegenseitig? Warte. Ja. Ja, ist das doof. Hahaha. Okay, und was muss ich jetzt machen? Auf Fortfahren klicken? Oder... Nee, zuschauen. Ach, zuschauen. Okay. Ui, 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 ui. Es ist schon echt anstrengend, wie die die ganze Zeit rumheulen, ne? Das geht mir richtig offen. Das kann man ein bisschen schmälern mit einem Perk. Perk ist das, was ihr auswählen könnt. Genau. Du bist ja langsam ein richtiger Meister in dem Spiel. Habe ich dir wehgetan? Ja. Er kommt. Falsches Loch. Komm mal ins Ohr. Wann muss man das denn machen? Ich wird mir wach. Nein. Das musste ich noch nie beim Heilen machen. Dann hast du Glück gehabt. Aber habt ihr einen Chip, wie man nicht so schnell in die Fallen läuft? Gucken, ob man hinläuft. 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 Danke! Ja. Ich habe die gar nicht gesehen. Er ist auf der Map auch ein bisschen schlecht. Vielleicht hatte ich vorher auch immer so einen Perk irgendwie ausgeliefert. Dankeschön. Gerne. Vorsicht, Falle. Hallo, hier wird nicht gecampt, Mister. Ich muss mich erst mal umgucken, okay? Nee, 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 nee. Weißt du was? Jetzt erst recht. Na, musst du ihn noch weiter umgucken? Ja. Er kämpft. Nee. Barry würde niemals campen. Überhaupt nicht. Aber ich hab da hinten Menschen gesehen. Entschuldigen Sie, Ryuka. Ich hab das Gefühl, hier wird jemand getuddelt. Ja, genau. Komm, das war nett. Ich bin dir nicht hinterhergelaufen. Klar bist du mir hinterhergerannt. Ich bin außen rumgelaufen. Naja. Der Chat hat's gesehen. Naja. Ich höre irgendwie so ganz derbe Anti-Vari-Vibes. Ach, Quatsch. Was für ein der Spiegel echt leiser stellt. Oh, sonst wird wiederum geflamed. Äh, du bist aber nur am Campen. Ja, du bist ja auch nur am Campen gewesen. Ich hab's genau gesehen. Ich hörte mich mal ausklinken. Gute Nacht. Nacht, Tee. Gute Nacht. Leckerchen kriegt sie gleich. Ja, von muss Vari uns töten. Nein, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin wunderschön. Hast du Glück gehabt. Ne, das war geplant. Ich wusste genau, dass du da rein hüpst. Und wer hier überall fein hingelegt hat, ne? Überall. Aber ich bin sogar verletzt. Schweinerei. Ja, die Falle nüsst das aus. Heil auf die. Aber nicht immer. Nee, ey, lass mal lassen. Vari. Lass mal lassen. Ja, lass mal lassen. Ah, hier ist ja so ein Ding. Ich will hier gar nicht hin. Vari. 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 Ja? Geh doch auf. Nö, du beschäftigst mich doch ganz gut für die anderen beiden. Aua. Schlappi, du machst das. Ich mach das. Ich bin so toll. Ich bin so schnell. Ich kann gut rennen. By the way, je mehr du rennst, umso mehr Hinweise gibst du mir, ne? Genau. Lass mich doch in Ruhe. Ah, okay. Ja, aber ich muss ja irgendwie rennen, wenn du einen Meter hinter mir bist. So Entschuldigung. Vari ist voll gemein. Sehe ich nämlich auch so, Schote. Definitiv. Definitiv. Hey, 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 hey. Weil ich sterbe jetzt, glaube ich. Nee, noch nicht. Nein, du bist... Doch, ich hab schon einmal versucht, mich zu retten. Das ist jetzt mein letztes Mal, glaube ich. Aber komm, du kannst dich, glaube ich, freiwickeln. Siehst du? Ich wollte gerade sagen, müsstest du eigentlich schaffen. Ja, müsstest du schaffen. Oh, da ist ja ein Loch. Na komm mal, Laupi. Ja, trag mich. Da haben wir doch einen dicken Fisch am Haken. Hey. Er ist ja schon wieder hier. Könnten Sie bitte gehen? Jetzt mal nicht so viel hin und her wiggeln, Mann. So. Aua. Das tut weh. Au, das tut weh. Mmh. Ja, geil. Mmh. Immer rein in die Wunde. Wo seid ihr? Oh, guck mal. Oh, die heulen aber echt viel rum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte helfen Sie mir. Nein. Nicht anfassen. Mari, bitte. Mein schönes Kleid. Entschuldigen Sie, Azuma. Bin ich eigentlich doof? Ja, ich bin doof. Ich drück einfach auf den falschen Knopf, ne? Ich hätte einen Mori machen können. Ich bin aber netten. Du wirst dich frei wickeln können, denke ich mal. Ey, kann ich nicht. Okay, das muss aber knapp gewesen sein. Ich weiß nicht, es hat Peng gemacht. Warum hat das... Achso. Oh Gott, danke schön. Ja, der Dino ist raus. Ich krieg das eh wieder, von daher. Richtig. Oh, mein Gott. Oh, das ist immer ärgerlich. Du Scheißfalle gerannt, Alter. Kann doch nicht wahr sein. Nee, nee, ich krieche weg von dir. Okay, ich kriege ruhig mal rein. Nee. Nee. Vari, du siehst mich gar nicht. Ich bin im hohen Gras. Oh, es ist jetzt kinderfreundlich. Ihr seht nämlich nicht, wie ich sterbe. Okay. Ihr könnt es nur erahnen. So, und für alle, die es nicht wissen, wenn man der Letzte Überlebende ist, ist eine Falltür irgendwo aufgeploppt auf der Map. Die sucht man und dann kann man doch noch überleben. Ist die nicht jetzt auf eigentlich? Ja. Ja. Und die hört man, die macht ein komisches Geräusch. Ich kann jetzt mal dem Profi zugucken. Also war wie. Nee, ich muss ja dir zugucken. Oh, ich finde, ich habe Pech, ich finde die nicht. Kann ich an der Zeit hier mal gucken. Alles gut. Ja. Tschüss. Tschüss. Hallöchen, Alec. Und das Leckerchen kriegt sie natürlich auch. Aber wie habt ihr das denn gemacht, dass ihr die anderen so mit roten und gelben Schatten seht? Also bei mir war es zum Beispiel ein Perk, das ich gesehen habe, wenn ihr euch gegenseitig geheilt habt. Okay. Ach so. Ich habe den auf den gemacht, ich verstehe. Weil ich habe das tatsächlich gar nicht gehabt irgendwie mit dem anderen, also dass ich andere gesehen habe. Ich muss aber fair sagen. Ist das nicht nur erst, wenn wir verletzt sind, dass wir uns gegenseitig sehen? Genau, also wenn man am Boden liegt, den sieht man auf jeden Fall. Mhm. Und wenn der aufgehoben wird, dann aber eigentlich nicht mehr. Okay. Okay. Und dann halt erst wieder, wenn er am Haken hängt. Am Haken hängt. Okay. Und ich hoffe, ich habe es ein bisschen ausgeglichen gemacht. Das war sehr gut. So, wer möchte denn jetzt? Möchte jemand? Ich nicht. Ich bin froh, wenn ich das andere irgendwie verstehe. Das ist die Einstellung. Unten links ist... Ah ja, da. Genau. Und dann nochmal. Asuma, aber das ist nichts Persönliches oder sonst was. Ich bin dir wirklich nicht hinterhergerannt. Du bist ja irgendwie das eine Mal da innen rumgerannt. Was? Oder du meinst, dass er dir hinterhergelaufen ist? Genau. Da bin ich nicht dir hinterhergelaufen. Ich bin außenrum. So wie Ryuka gesagt hatte, dass ich Tull. Und dann... Hey, Curry hat ja schon gesagt, dass er außenrum gelaufen ist. Du bist ihn dann halt wirklich einfach nur ins Gesicht gekommen. Richtig. Ich bin eigentlich... Ich glaube, ich habe Ryuka kurz gesehen und wollte eigentlich ihm hinterher. Aber dann warst du näher. Ich war hinter dir. Okay. Dann war es laufig. Von weiter Ferne habe ich dich beobachtet. Ja, aber dann hättest du ja sagen können, dass ich nicht... Na, als ob ich da stehen bleibe... Äh, gehockt bleibe und sage, oh ja, guck mal, war in der Ölstür oben? Nein, natürlich lauf ich weg. So. Na, der Po, Dude. So. Danke, kann ich zurückgeben. Oh. Warte mal, damit die Leute auch wissen, wie Hottie denn ist. Ähm. Bitte was? Na, mein Po. Achso. Ich hatte gerade Angst. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ach, hey. Komm mal. Es ist schon spät, okay? Na ja. Aber Schlauch, ich muss noch mal fragen, warum ist Ryuka alt? Was ist da passiert? Er ist ein Drachen, warum ist der bei dir alt? Warst du noch gar kein Opa? Oder? Ich habe ein weißes Kleid gesehen. Die werden schnell alt. Ja, das stimmt. Ja, aber ich meine, du warst noch keiner. Ja, aber ich habe dir jetzt, guck mal, du bist ja jetzt wiederbelebt worden. Und du hast dieses, äh, diese Kette bekommen. Das heißt, du lebst jetzt ultralange. Du bist wie ein frisch geborenes Baby. Kann das einer bitte klippen? Kann man durch die Kette überhaupt, überhaupt sterben? Ja, scheinbar so. Selbst mit der Totenkopfkette? Ja, ja. Du lebst halt ein bisschen länger. Richtig. Man zögert das raus. Also meiner hat, äh, Wie groß ist mein Terrorradius eigentlich? Das kommt drauf an. Das kann man mit Perks ausweiten, äh, oder halt schmälern. Muss man. Ja, und bei der, zum Beispiel bei der Huntress ist es so, die hörst du sogar eher als den Terrorradius, weil die vor sich hinsummt. Die schlingt, äh, äh, singt ein Lied. Also summt ein Lied. Diese ganzen Perks, das ist mir viel zu viel. Mhm. Es ist manchmal irgendwie nicht cool. Ich wünsche so, warum machen die da nicht einfach nur so drei Perks oder so? Das war's. Das fände ich auch cool. Es gibt halt drei Perks pro Killer. Ja, genau. Plus, äh, eine Million ohne, äh, ohne Killer-Zugehörigkeit. Also die, äh, frei im Netz. Die random Dinger. Okay, gibt's jetzt wieder Bodenfallen oder muss ich auf was anderes achten? Kommt auf den Killer drauf an. Kommt drauf an, was schlauke wird. Ja. Okay. Was sie uns natürlich sagen möchte jetzt. Nein. Nein, überhaupt nicht. Aber wenn's klar ist, könnt ihr mir sagen, worauf ich achten muss? Das haben wir immer schon so gemacht. Ja. Okay, perfekt. Und um Generatoren zu finden, ähm, immer nach oben gucken. Du hast da Lampen dran. Blinken die? Naja. Dann ist das schon gearbeitet worden? Sagen wir mal so. Das mit den Lampen oben mag zwar immer passen, wenn du unten draußen bist. Aber nicht. Aber nicht. Wenn du zum Beispiel in der Klinik bist, oder, äh, auf der, äh, Nampgen, nein. Weil da stehen die in den Häusern. Da bringt dir das auch nichts mit dem. Da muss dann's losgehen. Auch bei Haddonfield und so. Verdammt. Mist. Also es bringt nicht immer was. Aber du hast, das ist, das ist halbrichtig. Also. Halbrichtig, ja. Chapeau. Halbrichtiges Wissen. Ich, ich, ich höre euch ja zu. Es ist ja nicht so. Das ist mir so schlecht. Seit wann das denn? Hallo. Das hat letztens Spaß gemacht. Ich hab euch sogar geschrieben. Es hat mir Spaß gemacht. Und ich spiel das öfter. Ich hab sogar letztens mit Ryoka zusammen gespielt. Ja. Geil. Mit unseren Spielzeugautos. Aber nicht die Idee. Das ist nicht richtig. 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 Und ist raus. Also man will einfach nicht nochmal getunnelt werden, Barri. Äh. Ne, ich meine die Runden, die am Mittwoch waren. Achso. Die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht nochmal. Da war ich nicht dabei. Sei froh. Ich muss ganz ehrlich sagen. Bleib ihr bereit? Ja. Ja. So gern ich DVD spiele, ne. Aber am Mittwoch hatte ich in unter einer Stunde keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ja. Das war so schlimm. Das lief überhaupt nicht. Kam da der neue Killer oder was? Ja. Nur. Nur. Okay. Ja. Draußen seit einem Tag und seitdem wird der so hart gesuchtet. Ja gut, wir hatten auch zwei andere Killer. Ja toll. Michael. Ja, Michael. Sprint war. Shift, ne. Und den Doktor. Hatten wir den Doktor? Ja, den Doktor hatten wir auch. Ganz zuletzt. Gott. Da haben wir keinen Bock mehr. Shift war Sprinten, ne? Ja. Gut. Danke. Gerne. Endlich konnte ich auch mal helfen. Yay. Schon entschieden, wer gleich das Nächste an den Killer macht. Ja, wenn keiner will, mach ich mal. Oder ich. So, mal schauen, ob ich es schaffe. Kannlöchen, Dolmelinchen. Okay, ich muss mich bewegen, richtig? Ich wusste es. Jägerin. Ja, heißt? Ja, die summt. Also du hörst sie ein bisschen vom Weiten. Und die wirft Beile. Okay. Da gibt es auch Variationen. Es gibt ein Beile, was sofort One-Shot macht. Dann liegst du sofort. Oder halt normale. Ohlolo! Um neue Beile zu holen, muss man in den Schrank gucken. Redet mehr mit ihr. Redet mehr mit ihr. Vorsicht unten. Uhuhuhu. Hallo, ich kann nicht rennen, ne? Nee. Als Killer bist du automatisch ein Tuchmenschneller. Wie findet man denn vier Generatoren? Draußen überwiegend. Wenn oben, äh, wenn du irgendwo vier Lämpchen siehst, sie leuchten. Rache ist süß, oder? Uhlulu! Weiß. Nö, Lull. Wo liegt der denn? Ich hab keine Ahnung. Wo liegt der denn? Hör mal mit, Schätzelein. So, wo häng der denn? Im großen Haus, der ist fertig, ne? Na? Ich kann mich nicht bewegen. Hör mal auf, dich zu bewegen. Helder, das ist ja voll anstrengend. Hatte ich ja noch nie. Ich glaub, ich hab's letztes Mal auch gar nicht geschafft, jemanden aufzuhängen. Hab ich dich verloren? Dann wird das jetzt deine Runde. Oh, fuck. Hä? Wom hängst du hier nicht? Weil er sich freigewickelt hat. Richtig. Er ist vorher entkommen. Ist jetzt nicht dein Ernst, Vary. Guck, wie er das feiert. Das ist ja. Ich hab hier doch gerade jemanden gesehen. Hier ist keiner. Habe ich doch hier... Mit euren Stinkbomben. Ey, Püppi. Püppi, wo bin... Sehr schön. Ich bin immer so lost. Ich seh gar nichts. Püppi, hier, guck hier. Hier, hier, hier. Hallala. Variation bei Variantes, genau. Hoppala. Ich hör's die ganze Zeit nur so. Ich auch. Das ist gefährlich. Hey, ich bin der Killer, der keine Ahnung hat, wo er ist. Das ist nicht schön. Das ist fantastisch. Aber Vary, du bist so... Vary, da geht sie gleich wieder raus. Das hab ich doch irgendwie nicht kommen sehen, ne? Ne, überhaupt nicht. Sehr schön. Ich hab'n Generator. Du weißt, dass du auch deine Äxte werfen kannst, ne? Ja. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hallo? Hallo? Die Leute machen hier den Ninja, ich glaub's nicht. Hallo? Hallo? Hier, guck hier. Wo sieht man denn, wie viele Generator... Oder wie viele... Unten links. Einer ist... Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Yay, das ist ja so asozial, dass sie immer so schnell sein, wenn ich dran bin. Kann doch nicht sein. Ah, ich hab' ihn gefunden. Hoppala. Komm, Schlaupe. Komm, Putt-Putt. Putt-Putt. Ja, ich hab' eh keine Chance mehr. Ich hab' keine Ahnung, wo ich bin. Das Zoomer füllt vor. So gemein. Ja. Nee, du kannst nicht mal, ey. Denkst du, ich mach das jetzt mit, oder was? Nö. Weißt du was? Nö. Ja, komm. Dann hau' gegen. Komm, Vary, zwei sind besser als einer. Ja. Neue Beile kriegst du im Übrigen in diesen Verstecken, in diesen roten Schränken. Hättet ihr mir ja auch irgendwie mal vor einer Stunde sagen können? Hab' ich doch gesagt. Das wurde im Tutorial bestimmt erklärt. Äh, äh, äh. Nein. Nein, wurde's auch wirklich nicht. Oh, jetzt kannst du weg. Oh. Ach, Yuka, was kannst du denn? Ich hab' mich erschrocken. Krass, ich komm' in die andere Richtung. Kannst du mal aufhören zu spoilern? War ja irgendwie auch ne Chance, oder? Ich seh's, ich seh's, ich seh's eh. Tschüss. Oh, kann dieser Generator mal fertig werden hier? Ja. Jo. Ciao. Hi. 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 Hä, wie hast du das denn jetzt so schnell gemacht? Willst du mich verarschen? Hm? Wo muss ich denn jetzt hin? Äh, mir folgen. Wo bist du denn? Hier. Hier. Zurück, hier. Oh, hier. Ach da, ja. Hä, wie hast du denn jetzt so schnell repariert? Nee, den hast du fertig gekriegt. Ich hab' den nicht mal anpacken dürfen. Ich dachte, die wären ein Tor. Warte, wir müssen hin. Glaube ich. Oh, sind die nebeneinander, die Ausgangstore? Ja, glaube ich, steht vor einem. Oh, was seid ihr denn? Warum seht ihr mich und ich bin euch nicht? Das war so mal schon am Start. Ja. Was anderes da hinten. Ja, aber da ist Laupi gewesen. Warte, wenn, 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 wenn Vari da so ein bisschen rumgammelt. Hallo? Entschuldigung? Er ist hier. Ich mein. Sie kommt. Immer noch ne Frau hier irgendwie, ne? Oh nein, nein! Lass mich in Ruhe. Ich hasse es, dass sie sich hier immer putzen muss. Was ist denn mit der? Lauf doch! Die muss das weiter putzen. Lass mich in Ruhe, Laupi. Wo bist du denn? Weiß ich nicht. Wie geil. Danke. Danke. Nein, die strebten. Ich hätte noch reinkön. Wie herrlich bist du denn? Ich war in dem Schrank drin. Tschüss. Und du stehst die ganze Zeit vor dem Schrank und da bist du weggelaufen. Ich bin lucky. Ich spiele jetzt Solo-DVD. Bisschen Blutpunkte sammeln. Viel Spaß, Curry. Jetzt mit Gamerbrill. Ja. Hast du Spaß? Ja sicher. Oh, das war ne bessere Runde. Zwei Generatoren repariert. Laupi verarscht. Fantastisch. Ja, wo ist er denn? Ja, oben. Ich stand genau neben dir draußen am Eingangstor. Ja, ich muss mich ja erstmal hier irgendwie an dieses ganze Spiel gewöhnen, ja? Das fühle ich aber, Laupi. Alles zu Spaß. Nein. Gleich mal bewerten. Die waren alle kacke zu mir. Melden, melden. Die wollen nicht mit mir spielen. Oh, haben wir doch. Die ärgern mich alle nur. Möchtest du noch ne Runde, Laupi? Ja, aber wisst ihr, ich find's irgendwie schwierig. Ist es auch. Also so, weil dieses bisschen Überblick zu haben und dann schnell und... Also bei mir hatte das, glaub ich, sieben oder acht Spiele gedauert oder Durchgänge, bis ich das nur ansatzweise geschnallt habe. Und dann gab's eine Runde, die hab ich richtig gut gemacht. Aber ich fand die Jägerin jetzt schon mal besser als den Hinterwäldler. Warum das denn? Oder ist das so süß? Vari, ich hab mir jetzt übrigens auch das Wer-Wit-Millionär geholt. Sehr gut. Nur mal kurz so zwischenbringen. Sehr schön. Völlig aus dem Kontext. Wahrscheinlich nur, weil da Harry Potter mit drin ist. Korrekt. Und damit wir ein neues Spiel haben zum Zusammenspielen. Das ist einfach ein Clown. Kann man das Multiplayer spielen? Ja. Hallöchen Trunken. Moin. Genau deswegen, Vari. Oh je. Wie geht's dir? Oh Steve! Denn. Weil ich ihn so liebe. Oh, was. Wieso oje, Vari? Hm. Das könnte oje, 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 anstrengend werden, glaube ich. Verdammt. Das verlaubst du jetzt. Was hab ich denn hier so? Gib'm Schnapp, Leute. Alles klar? Der kommt nie wieder. Hm. Da hab ich wenigstens ein Opfer, das ich killen kann. Ne, den haben wir schon. Der, der muss ja erstmal bereit rücken, ne? So einfach machen wir das nicht. Ja, wo krieg ich die Äxte jetzt her? Aus diesen roten Schränken. Aus den Schränken. Genau. Okay. So, mit meiner Prax. Okay, jetzt muss ich mir das merken. Gebückte Person, Schuhe, Herz. Gebückte Person, Schuhe, Herz. Gebückte Person, Schuhe, Herz, 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 Gebückte Person, oh nein, es ist Steve, Eve, Eve, Schuhe, Winter, Eve, Du warst bis an den Schuhen vorbei. War nicht die? Da. Ah, Schuhe, Herz mit Spritze, Herz mit Spritze, Herz mit Spritze, wie ist es? Wie wär's? Ihr, eine Runde ohne Perks. Okay. Wie krieg ich denn die wieder raus? Nein. Ja. Guck mal, du kannst oben, wenn du bei Gegenstand bist, da steht ein, zwei und drei. Ja. Also so ist es am einfachsten. Mir geht's soweit ganz gut, ich habe eine neue Steigerungsform. Es gibt ja bei mir, ich mag Hasen, dann ich mag kahlrasierte Angora-Hasen und die neue Steigerungsform, und die ist heute erlebt worden, sind epilierte Wollhaarmammuts. Bitte was? Würden wir nicht wenigstens einen mitnehmen? What the... Warum? Ey, das war doch ein Spaß, nehmt doch mit. Okay. Nein, ich spiel's nackig. Oh Gott. Ich auch, ich habe eh keine Ahnung davon. Ich lasse sie weg. Ich nicht. War klar. Ja, aber weißt du, Vary, du warst der Einzige, den ich mehrmals getroffen habe. Ich will's mal kurz erwähnt haben. Ja, und ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte unfassbar viel Spaß mit dir. Das klingt so falsch, aber es ist mit sich falsch. Ich wollte gerade sagen, das klingt richtig falsch. Wieso, das macht das doch eine aufregende... So, ready, alle? Ja. Geht los. Eieieieiei. Mhm. Laupi ist wieder Killerin, ne? So, nächste Runde mobben. Okay. Uh, Carla Bigfoot, Carla Bigfoot mit Geheimratsecken, das könnte tatsächlich noch die Steigerungsform sein. Oder schuppenloses Loch Ness. Ja, können wir machen. Carla Bigfoot mit Geheimratsecken, finde ich großartig. Hast du nicht gesagt, du hast eine Verabredung? Scheinbar nicht mehr. Was ist denn da plötzlich passiert? Immer schön Salz in die Wunde, ist richtig so. Weil du DVD zockst. Das ist meine Aufgabe, Tummelein. Ja, okay. Ich bin da, ich bin da und der Salzmein oder nicht. Die hatten keinen Bock mehr. Wow. Halbe Stunde Party gemacht hat. Och, ey, so alt, wir müssen ins Bett. Wie? Auch die Map mag ich nicht. Die ist so düster. Die andere fand ich besser. Ihr seid ja alle da. Ja, warum los? Ja, warum eigentlich? Hey, hey. Wie viele extra kann man denn so mitnehmen? Äh, gute Frage. So viel wie du am Anfang hast. Aua. Hä, aber da war jetzt gar keines drin. Die kannst du nur aufhören, wenn du halt welche verloren hast. Ich fühle mich so nackt in den Bugs. Ach, kann man gar nicht zu zweit reparieren? Doch, kann man. Wenn, wenn, wenn da nichts im Weg steht, können sich so viele ransetzen, wie geht. Also vier Stück. Weil bei mir so n rot, ach, das geht einfach schneller dann. Genau, weil wir zu zweit sind. Weil alleine brauchst du sie 90 Sekunden, um den zu reparieren. Oh Gott, ich hab voll in die Arme. Mein Spiel hängt. Okay. Ey, wirklich, mein Spiel hat einfach gerade gehangen, Mann. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich lauf erst mal. Ja, ich bin ganz weit weg schon. Aber es ist schön, wie du gegen den Kran gelaufen bist. Ja, wie gesagt. Es hing einfach. Da bin ich instant in die Arme. Also, kommt. Was ist das denn? Komisch, jetzt summen. Das ist die Jägerin. Hallo. Gott, wo bist du? Ich mag dich nicht. Alter, Jumi. Moin, Alter, was geht? Ich kriegst eigentlich einen Shoutout. Alter, 19 Leute, was geht? Also, Laupi. Ja. Danke, dass du an mir vorbeigerannt bist. Oh, das wird immer lauter. Jetzt wird hier erstmal Party gemacht. Moin, Leute. Jetzt fängt wieder an zu summen. Ja, das Summen wurde gerade immer lauter. Jetzt geht's wieder. Puh. Das ist ja ein richtig ekelhaftes Summen. Das ist ja ein richtig Horrorspiel. Habt ihr DVD gespielt? Ui, 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 ui. Aber immerhin finde ich Generatoren. Ja, weil man nach oben gucken kann. Entschuldigung. Jumi, warst du heute wieder kacke zu den Leuten? Weißt du, langsam wird's langweilig. Gar nicht. Weißt du, wenn sie nicht trifft, sagt sie wieder, ja, 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 Spiel hängt, Spiel hängt. Mhm. Ding wirklich, schaust doch nach. Ja, wenn ich überlebe, mach ich das vielleicht. Ein fertiger Gen. Es kommt. Ja, siehst du? Die sagt mir Bescheid, wenn die kacke warst. Aber läuft mit uns. Und, oder? Das tut so weh. Bari, wir sind halt Dream Team. Ja. Steve. Um Himmels Willen. Ich höre sie sehr laut. Oh Gott, du bist so hässlich. Oh Gott. Ich möchte auch sehen, was hier vor mir herum passiert. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Sie sind in der Mitte. Ich bin gleich draußen. Hey, habt ihr das schon offen, oder was? Ja. Kamel. Hallo, wo bist du denn? Halleluja, ey. Puh. Wow. Wenn alle rausgehen, dann gehe ich auf. Aber, aber diese Summen war ja richtig gruselig. Ja. Davon, ich kann nicht schlafen danach gleich. Morgen ist Samstag. Oh. Ich kann davon trotzdem nicht schlafen. Ich will kein Killer mehr sein. Ich kann das nicht. Oh. Ich bin richtig schlecht. Hier steht brutaler Killer. Das ist die größte Linke. So, dann mache ich mal den Killer, um zu zeigen, dass ich das auch nicht kann. Ich glaube, das ist vielleicht nicht alleine schlecht. So. Das ist gemein. Reflash und ich, wir sind connected. Ich starte mit einem Handicap. Wir laufen mal runden. Äh, sind witzig, weil wir Kill Your Friends spielen. Ja. Aber wie werde ich denn, Killer? Auf das Auge. Mach mal Auge. Auge? Und dann mach mal nochmal da. Ja, dann nochmal Auge. Klick mal nochmal da drauf. Ah, okay. Und wie wähle ich jetzt einen aus? Du hast unten Previous und Next. Ja. Da kannst du dann auswählen und Perks und so weitermachen. Ähnlich wie beim Survivor. Hier wird nicht flötig gespielt. Hier wird nur gesaugt. Oh. So, was nehmen wir denn mal mit? Boah, nee. Das klingt ekelhaft. Entschuldigung. Nee, ich hab das gerade durchgelesen, was die so machten. Wow. Fessel, Anwalt, Zeiger. Okay. War ich gerade schon wieder blind? Was ist denn das? Kann mich nicht entscheiden. Die klingen alle ekelhaft. Ich hab's die Jägerin gar nicht. Ich muss sagen, ich find Mama Yagas Song wesentlich cooler. Die Jägerin ist von Anfang an klein. Ja, doch. Die mit der Hasenmaske. Ja. Ich glaube, als Killer lange einem hinterherlaufen ist nicht so gut, weil dann die anderen alle Generatoren in Ruhe machen können. Ja, das glaub ich auch. Aber ich bin so überfordert, dass ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Ja, aber was willst du denn sonst machen? Also wenn du jemandem nicht hinterherläufst, den du siehst. Ja, vor allem hab ich irgendwie immer das Gefühl, dass ihr anderen als Killer irgendwie mitkriegt, wenn jemand irgendwo an einem Generator ist und ich krieg das gar nicht mit. Mir wird das gar nicht angezeigt. Wenn, wenn irgendwer es knallen lässt, ja, dann kriegt man das natürlich mit. Oder wenn man bestimmte Perks hat, aber sonst eigentlich auch nicht wirklich. Ähm, ja, der Killer war mega nett gerade. Das stimmt, das ist Laupi. Schlaupi Laupi ist auch super lieb und nett. Ich bin immer nett. Hier auch einmal der Hinweis. Schlaupi Laupi. Sie ist ein hundertprozentiges Vollmitglied der Vari-Gang. Hat man gesehen. Ach ja, ich lass dich mal frei wiggeln. Ähm, bitte? Sprich lauter. Sprich lauter. Also ich fand's sehr witzig, als ich mich frei gewiggelt habe und sie es nicht gemerkt hat. Das war so zehn von zehn, weil es halt genau vorm Haken war. Ja, ey, ich war überhaupt überfordert, dass... Ich wusste gar nicht, dass das die anderen weit richtig stimmen, wenn die noch... Oh, du folgst Schlaupi schon seit dem 24. April. Ja, sehr gut. Oh. Vari-Gang, ja. Die Gang vom Vari heißt Vari-Gang. Die sind alle connected. Die spielen alle zusammen. Und bei mir erst seit zwei Wochen und zwei Tagen. Nee, so kriegt jeder nochmal ein Shout-out hier. Oh Gott, das muss ich ja auch noch machen. Oh, zehn Minuten. Ich glaube, ich bin ready. Leute, die hier zugucken, die gehen mal bitte da hin und lassen ein Herzchen da, ja? Ja, das könnt ihr alle eigentlich auch mal machen. Jo. Finde ich, die es noch nicht getan haben. Genau. Falls ihr nochmal einen Shout-out braucht, kann ich euch nochmal eins machen, wenn ihr nicht hochscrollen wollt. Das ist Arbeit. Das macht doch keiner. Also die Vari-Gang delivert ja schon ein SO, ne? So ist ja nicht. Vari ist doch nicht der Chef, Schote. Nein, 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 Schote. Bei aller Liebe. Nur wenn, ich. Halt mal die Erbsen beisammen. Aber ich hab den, also Vari war quasi der Erste, den ich auf Twitch kennengelernt hab. Wir haben sie komplett überrannt an dem Abend. Das war so schön. War wirklich schön. Ich glaube, die waren es noch ready. Ja, ich muss noch Talente eingeben. Okay, ich bin noch ein bisschen beschäftigt. Dass Red mich dann mit dem ganzen Scheiß hier reingezogen hat. Komm, du bereust es doch nicht. Nein, tue ich nicht. Wie hieß du? Äh, Mr., oh Gott, wie hieß denn das? Mr. Dr. Sommer. Ja, das müsste ich auch mal... Habe ich von Anfang an schon bei, oder? Ich glaube, eins, ja. Frau Jägerin. Ja, nee, ist ja okay, dass ihr das wisst. Vor allem selbst Vari hat's geschnallt. Uhu, ich bin stolz auf dich, Vari. Danke. Shankori! Guter Mann, guter Mann. So ist richtig. Also ich wurde nicht so begrüßt. Nee, das ist richtig. Ryuka wurde begrüßt mit... Überraschung. Der Typ, der das Essen im Mund verliert, während er redet. Genau. Genau. Ach so, dann ist Vari dein Mentor. Genau so. Ja. Eigentlich schon, ja. Ja. Ich bin immer da, wenn man mich braucht. Ja. Morty ist kein Morty. Das Laupi Emotes zeichnet, ne? Die Emotes habe ich schon vorher gezeichnet, dass die On-Stream zeichnet. Aber nicht On-Stream, genau. Das war Varys Idee. Naja, das war eine Zusammenarbeit. Wir haben gemeinsam gebrainstormt und du hast gesagt, ja, ich könnte das ja machen. Ich so, ja klar, mach doch. Und dann habe ich dich dazu gezwungen, indem ich meine Stimme einfach anders gesetzt habe. Gott, das bin ich hässlich. Uff. Oha. Das hört sich jetzt nicht so. Das ist aber kritisch. Aber ich höre das Summen ja die ganze Zeit. Das ist ja furchtbar. Ja. Das ist ja auch dein Summen. Genau. Dann weißt du, dass du immer in der Nähe bist. Hm. Ich habe schon wieder vergessen, dass sie, äh, jetzt Jägerin ist. Wow. Das klingt fix. Liegenhirnlaupi. Ja, ey. Das ist ein Sieb, wirklich. Aber es ist okay, das macht dich sympathisch. Und dann, dann. Finden Sie? Erklär ich dir. Erklär ich dir. Sie hat eben eine ihrer Voiceline, äh, Läden gebracht. Ich habe nichts gehört. Bei mir bist du stumm. Nein, das hört die, äh, nur derjenige selbst, der sich spielt. Das ist nicht nett. Ja, sie hat einfach nur gesagt, äh, sie kann das, äh, also sie kann das selber machen. Oh, sie kommt. Oh Gott, wir laufen alle direkt um. Hey, Refleash. Nö, nö. Auf, verdammt. Schwer weg hier. Oh, wir sind ja hier im Maisfels, ist ja toll. Alter. Alle weg. Nö, nö. Oh, warum bewegst du dich denn so langsam? Schon wieder Warni das Opfer? Ja. Nö, nö. Hör doch mal auf mit dem Haken schlagen. Hör sie doch nicht zu mir. Nö, nö. Auf, nö, nö. Nö, nö. Uh, lulu. Wo bist du hin? Einfach weg. Einfach weg. Oh. Curry. Oha, Curry war still mit dir nicht. Alter, Curry. Danke für die Subbox. Der ganze Chat ist überfordert. Alter, dankeschön. Oh, lulu. Ich muss weg. Ich brauche dich hier nicht lang. Danke. Das sind einfach nur noch Emotes. Vielen lieben Dank für die Gifted Sub-Bombe. Du hast getroffen. Einfachrecht 13, Momenteer, der Yoshi-Bär, Rage Seed, Schnuzzle-Eyes, Baby Orca, Ryuka, Brandywine, Xalesia und BN Fuchs. Vielen lieben Dank dafür. Danke für den Gäste. Ich wiederhole das Ganze ein... Oh. Ich würde das Ganze einmal wiederholen. Vielen Dank. Bitte lass dich mir in Ruhe. Kommt sie. Nein. Wo bist du? Panikpalette? Ja? Ja. Ich muss weg. Oder muss los. Was ist denn? Nee, nee, nee. Lass mich ruhig mal in Ruhe. Also ich würde dir gerne Liebe da lassen, aber ich bin gerade ein bisschen... Vielen lieben Dank. Oh nein, ich bin abfest gegangen. Oh. Oh. Oh nein, was geht's? Nein. Oh, danke, Gunny. Ach so, im Übrigen... Das ist doch Scheiße, jemand. Was machst du das mal? Mit Schiff durch Fenster springen, mache ich jedes Mal falsch, macht Geräusche. Ja, du rennst, ne? Ja. Wo seid ihr denn jetzt alle hin? Ja, berechtigte Frage. Ich hab dich weg in den Jansch. Also ich höre dich die ganze Zeit summen, also so weit weg von mir kannst du gar nicht sein. Und da ist es, wurde wieder geklatscht. Cool, mal ganz gemütlich hier mein Popcorn. Oh. Ach, da hinten. Ich schau mir das Spektakel einfach mal an. Bleibst du tot? Nee, du musst mich schon mit Leertaste aufheben. Ach so, sag das doch. Und wo muss ich dich hinbringen? Hinter dir ist ein Haken. Immer mit Nuri, wo ist immer gemein zu mir, weil ich auf meine Art und Weise zu ihm fände. Und da musst du wieder Space drücken. Ja, danke. Gerne. So, und jetzt den Haken verlassen, weil ansonsten ist man ein Camper, das mag Azuma gar nicht. So, jetzt hast du hier 30 Sekunden Zeit. Ja, ich hab hier gerade noch jemanden getroffen, deswegen war ich da. Ja, alles gut. Ich. Ich hab aber, äh, war ich erst mal 30 Sekunden abgeschirmt. Hä? Ich, ich seh doch hier jemanden, wo, ach da. Nein, du siehst, nein. Ich bin weg. Oh, bist du, ach da. Hörst du sie jetzt echt hier zu uns? Ich weiß noch gar nicht, wo ihr seid. Wer war das denn? Ist das denn, wer bist du denn? Ja, hoch. Ich hab meine Granaten mitgenommen. Hörst du mir jetzt im Kreis, oder was? Man kann auch nichts anderes, außer diese Granate werfen, hat er bei mir eben auch die ganze Zeit gemacht. Nein. Boah, lass mich doch dich töten. Nein. Boah, nett, nett. Boah, warum bist du denn so langsam, ey? Wir sind alle schon längst weg. Ja, nicht alle. Oh, da ist sie ja. Und weg. Oh, hallo. Ich lieb's. Wo ist denn, wo seid ihr denn? Ach da. Ich hab voll die Orientierung verloren. Übrigens, das bedeutet übrigens Sätze rechts am Rand, wenn, sie braucht nur noch einen Hit bei jedem, dann liegt die Person. Das heißt, irgendwo auf der Matte ist hier ein Zeug der Schote. Und das müsste kaputt gemacht werden. Könnt ihr mir vielleicht noch verraten, wo so scheiß Haken sind? Müsst du sehen können. Hör doch auf, sich frei zu wiggeln. Wari, wo bist du? Hä? Weiß ich nicht. Luffy! Wo seid ihr anderen? Vielen lieben Dank für dein Raid. Und Hallöchen Raiders. Dein Stream hat bei dir mega geleckt wegen den ganzen Immoads. Ja? Oh, komm mal doch auf mit dem Scheiß hier. Lassen Sie mich bitte von dannen ziehen. Wo bist du? Wen suchst du eigentlich, mich? Tschüss. Ah, schön. Das hat dich nicht, Wari. Du brauchst dich hier gar nicht so zu bewegen. Danke, Azuma. Tschüss. Ach, kommt doch, ihr. Dann bin ich mal mit. Ich küsse dein Auge. Aber war doch gut. Aber gut über die Bühne gemacht. Über die Runde. Ja. Oh, fantastisch. Und wie fandest du es? Ich fand es auch nochmal witzig. Ich fand das sehr schön. Also das war eine schöne Verfolgungsjagd. Refresh. Oder? Ich würde mal ganz kurz eine rauchen geben, weil es okay ist. Das ist okay. Fantastisch. Wie geht es deinem Kult, Fluffy? Curry, das ist nicht dein Ernst. Oh, das geht. Crazy. Curry. Ich glaube, ihr müsst Geld loswerden. Curry. Curry, Alter, geht ja richtig. Ich habe noch nie so oft meine Emotes gesehen. Oh, das ist doch schön. Aufkommen, Mario. Du hast auch einen Sub bekommen. Yay. Yay. Ja, bei mir auch, ne? Nein. Für Ryuka läuft es richtig, ne? Bei mir hat er auch einen Sub gekriegt. Ich staub ab. Das ist eigentlich sein Plan, weißt du? Ach, so geht das. Vielen, vielen Dank. Alter, Vater, ey. Das hätte er eigentlich machen müssen, wenn du als Killer rumläufst. Ja. Wo plötzlich in der Verfolgungsjagd sagt, sie macht gar nichts mehr. Aber ich finde, fürs erste Mal Killer sein war es gar nicht so verkehrt. Nee, du hast es gut gemacht. Das war besser als bei mir. Nein, das war anders. Ich habe nur die Kackhaken nicht gefunden. Hey, ich habe einmal gehangen, okay? Gut, ich habe dir gesagt, dass der hinter dir ist, aber... Das war auch sehr lieb von dir. Ja, Asuma, willst du jetzt? Mega. Willst du? Ich? Ich kann auch. Mach mal schick schack schnuck oder was? Ich kann auch. Ja, dann mach doch. Dann machst du danach. Ich werde nicht wieder Jägerin sein irgendwann, weil die Summe, das ist ja, das ist ja richtig gruselig. Ja, ihr braucht euch jetzt keine Sorgen machen. Irgendwann mal spielst du gegen Baba Yaga und die singt richtig. Das ist viel schöner. Oh, nee. Hi, Kiax. Hi, Kiax. 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 Hallo, du? So, jetzt muss man schnell was nachgucken. Ich will mich nicht selbst blockieren. Warum nicht? Das macht sie im Alltag vielleicht schon, René. Sei doch nicht so. Kannst du auch mal ein bisschen blocken. Zack, Freundschaft entfernt. Ich hab's genau gesehen. Curry. Curry. Du, jetzt übertreib es nicht. Es muss nicht fair sein. Hallo? Es muss nicht fair sein. Das habe ich ausgesprochen. Danke. Da sieht schon wieder jemand aus. Aber vielen, vielen lieben Dank. Hallo, wie geht's dir? Die nächsten zehn Gifte-Zaps. Du hast getroffen. Du bist aber hier richtig. Ah, Curry. Curry ist heute irgendwie gegen die Konjunktur, äh, gegen die, äh, wie heißt das? Warte. Was? Ich. Ja, kaum krieg ich Geld, kann ich nicht mehr sprechen. Weißt du? Ja. Schlaupi tanzt für Bits. Ich kann nicht mehr sprechen für Zaps. Hm, läuft. Die Zapper läuft. Äh. Oh, Gott. Genau. So ungefähr. Du hast getroffen. Timson Pro7. N-M-S-S. Oh Gott im Himmel. Stone Forest. Dark Shadow. Horrible. Der Toshi 84. SGF. Andy. Blankas Beast. Das hohe C. Und Tjav 51. Vielen, vielen lieben Dank. Auch im Namen von denen. Hallo Robin. Noch ein Robin? Nie, verstehe ich nicht. Hallo Robin. Moin. Eieiei. Ula la, aber danke der Nachbar. Wie geht's euch? Also mir geht's gut? Wie geht's euch? Mir jetzt auch wieder. Also ich freue mich hier meines Lebens. Welcome in the Varigang. Alles gut. Hier sieht man auch überall. Ja, ist doch, ist doch toll. Wie lief denn deinen Mario Kart Stream? Ich hab vorhin mal ganz kurz reingelurkt, so ganz still und heimlich. Da warst du noch im Talk. Hast du, glaube ich, ein Video angeguckt von jemandem, der in sein Mikro gebissen hat? Es hat mich ein bisschen verstört. Lol. Wow. Also ich fühle das. Ich mach das auch öfter. Er ist überall. Fragt mal, Laubi. Überall, nur nicht ready. Ja, Entschuldigung, ich wusste nicht. Ich hab nicht mitbekommen, dass du schon mit deiner Speed-Zigarette fertig bist. Na, immer doch. Chill. Außerdem wollte ich rauszögern, dass Asuma mich killen kann. Der töte dich als letztes. Nein. Ach doch. Nein. Wir laufen jetzt einfach alle schnell weg. Wer ist hier im Partner-Look mit mir? Hi. Was fragst du? Ja, dumme Frage, Entschuldigung. Ich glaube, ich hab gar nichts ausgewählt. No. Ach doch, hab ich. Vom letzten Mal noch. Uff. Mori. Was? Hä? Der Mann hat Mori mitgenommen. Das war welcher? Oh, das Neongesicht. Das Neongesicht. Ach so, nee, das war ja ein Killer. Mori ist ja das hier, dieses Kill-Dings nach einmal hängen. Zweimal. Zweimal? Ja, ja. Das geht nur, wenn er zweimal gehangen hat. Okay. Okay, wer, was ist jetzt Phase? Also, wer ist jetzt, also, was ist, mein Gott. Er schwebt hier vor mir. Gens machen. Wer killt uns jetzt? Asuma. Ja. Ach man, aber was denn für ein, was denn für ein Ding? Wissen wir noch nicht. Oh, Harry hat den Geldregen entdeckt. Es wird gesungen. Er hat Baba Yaga. Baba Yaga. Er nimmt echt Baba Yaga. Ups. Oh. Oh. Nein. Ach, Asuma. Mich jetzt auch noch liegen lassen, oder was? Oh, den Kranken. Was für ein Iron Maiden. Warum bist du denn so laut? Warum singst du denn so ekelhaft? Ich hab's dir gesagt. Das ist ja furchtbar. Barry, heil dich doch! Mensch! Sag mal, kennt der? Mhm. Er hat irgendwas geworfen, was auch immer das macht. Ach, der wirft Äxte. Ja, ist die Jägerin bloß mit einem anderen Skin. Aber ich kämpfe ja richtig gut, ne? Das ist ganz schön frech. Tunneln, campen. Ganze Palette. Ah, fuck. Lass. Lull. Pew. Barbecue und Chili bedeutet was? Dass man die Leute dann sieht, wenn jemand aufgehangen wird. Ne komm, lass mal stecken, geh ruhig weg. Bisschen Bari bekämpft oder irgendwie sowas. Hauptsache weg von mir. Also wisst ihr, was ich sehr interessant finde? Es ist euch nicht mal aufgefallen, dass ich nicht mehr gesprochen habe. Aber ich habe gerade Danke gesagt. Oh nein, ach komm. Ach lass mich doch. Ähm, ja, Kyax- Kyaxes, es kann sein, dass du über den Lurk mal hier reingekommen bist. Ähm, ich laufe dir jetzt einfach mal frech hinterher, ne? Mhm. Und ja, Curry, ich fand es jetzt auch traurig, dass ich nicht reden kann, weil er redet offensichtlich gerne eigentlich. Bitz! Lass mich doch mal! Komm, Azuma. Vorsicht, lauf weg! Nee, nee, lauf, lauf, lauf! Ja, die Katzen gibt uns hier gleich irgendwie. Also die schlafen. Oh nein! Oh, komm! Asuma, geh doch weg. Wie kann man sich denn heilen? Wenn wir dich heilen. In der Regel. Oh je. Hi Chris. Ich kann irgendwie ein bisschen los, ich weiß gar nicht, was wir machen sollten. Nicht zu mir kommen, der kämpft. Ich bin irgendwie schon beschäftigt. Der luft einfach weg. Ach Gott. Aber ich kann dir die Katzen auch gleich gerne mal zeigen, weil du... Ähm. Ich bin von mir so erschrocken. Leute, wo seid ihr denn? Ich hänge. Ich bin hier irgendwie... Du hängst. Ah, da liegt jemand. Ja, jetzt sterbe ich. Hey. Du siehst mich doch gar nicht. Oh, im Himmelswillen, ey. Oh mein... Oh, danke. Azuma, lass mich doch hier einfach mal liegen. Azuma. Azuma. Ach, lass mich. Lass mich. Ach, Mann. Was heißt hier keine Sorge, Robin? Und... Wie geht's dir eigentlich so? Und... Ach so, ich lebe wieder. Loll. Ich bin der freudige Helfer von dem an. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, ich hänge jetzt hier noch eine Weile ab. Ein bisschen überfordert. Rennen... Rennen zeigt... Äh... Äh... Kratzer an, ne? Das ist ja wieder hinter mir. Geh doch weg! Oh! Warum hustet der die ganze Zeit so? Raucherlunge. Ja, true. Stimmt, ich habe ja den mit der Kille. Ich bleib da eiskalt dran, weißt du? Na, danke fürs Mori. Gut, dass es kinderfreundlich war. Man hat's nicht wirklich gesehen. Richtig, das ist so witzig an der Kille. Oh, Vari ist tot. Hi, Reflash. Hi. Wer... Sind Schwinnige? Im Himmel wieder. Aus dem Totenreich an der... Ben Varanda ist ein Ben relativ weit gewesen. Ich höre Azuma, aber ich seh Azuma nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ich hab... Ach, wie? Ach, wie hab ich grad nen Totenriemen dran? Komm, drei Stück, das schaffen wir noch. Jo. Als... alter Mann mit Kippe. Ach ja. Wie geht's dir, Chris? Hattest du einen schönen Tag? Nein. Keine Echse werfen. Ach, auch so weit, auch so weit. Äh, ja. Leider. Aber wir sind in dem neuen Stadium angekommen. Oha. Epilierte Wollhaarmammuts sind das Neue. Triffst du mich von da? Uh, Glück gehabt. Du hast die One-Hit-Achse, du Sau. Ja, natürlich. Uh, ich hab da was zum Heilen. Weiß nicht, wo ich hin soll. Die große Echse. Oh, mitten reingerannt. Oh, mitten reingerannt. Ich sagte, hey, mal nach links. Nein, bloß nicht. Tja. Aua, aua. Mein schöner Anzug. Hm. Das war's mit dem... mit der Wasserdichtigkeit, ne? Mhm. Nix mehr mit Tauchen. Oh nein, hier ist keiner. Ich mag dich nicht. Aber es geht. Ich kann jetzt ja... Aggression rauslassen. It's a trap. Bei dem Spiel auf jeden Fall, Vary. Ja. Oh, das war schön. Das war wirklich schön, Laupi. Dankeschön. Einmal was... Das war doof. Das hast du getan. Ich bin voll in die Azuma reingelaufen. Oh no. Oh. Jetzt heb auch Laupi auf. Oh, du bist ja gar nicht geheilt. Nein. Nicht anfassen. Rechte Maustaste oder linke Maustaste, Laupi. das Erholen. Dann geht es schneller. Hallöchen, Tommy. Na, wie geht's dir? Ich kann doch bestimmt nicht schlafen. Läuft für mich super? Sehr schön, so muss das sein. Und genau, Chris, einfach alle töten. Out of context, einfach alle töten. Und Dankeschön für deinen kleinen Mini-Raid. Was ist denn für eine fiese Lache? Oh, dein Schlauch, die Baum hängen hier schon wieder rum. Und warum das neue Piercing war? Hm. Jetzt kam der Raid. Ja. Was ist los mit dir? Guck dir doch die schöne Haarpracht an. Das ist unfair. Weißt du, was das wieder beim Friseur kostet? Das Blut rauszukriegen? Ja, plötzlich rasiert. Zack, 30 Zentimeter weniger Haare. Hm. Oh no. Mensch, der DL-Dream-Sniper doch bestimmt. Der Niflheim-DL-C ist nice. Von ACV. Okay. Schlaupe, ihr kommt. Nicht rennen. Die Falltür. Noch nicht. Ach, oh, Kacke. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich bringe mich schnell um, aber... Schade. Ne, komm. Ich bringe mich trotzdem um. Aua. Hm, da kam das Mori. Das war jetzt nicht unbedingt hinterfreundlich. Nun. Hattest du Spaß? Ja, schon irgendwie. Du bleibst da rum. Sind Aggressionen abgebaut, Azuma? Ich habe keine Aggressionen. Könntest du das glaubwürdiger bitte sagen? Hab ich. So, was hältst du jetzt von Wesker? Gute Nacht, Tommy. Angenehme Träume. Das klingt so nach nix. Was kann denn, Wesker? Auf dich zuschnellen, dich packen, dir Würmer in den Mund und in alle Öffnungen stecken und... Ja. Du wirst begeistert sein. Mhm. Vor allem ist der auch deutlich schneller als alle anderen Killer. Oh ja. Oh wow. Der rennt quasi hinterher. Also ist der overpowered, alles klar. Der, im Moment ist der mega overpowered. Nein, Carsten, ich habe nicht wieder uns gut geguckt. Nein, alles gut. Ich habe genug Perks mitgehabt, dass ich sehe, wenn du in den Schrank gehst. Ich muss jetzt mal gucken, was Whiskers Dinger sind, wo sie sind. Ich hätte mal einen Vorschlag für die Neulinge. Reflash kennt das ja noch gar nicht. Können wir eventuelles ermöglichen, dass Reflash mal die Möglichkeit hat, diese Luke zu sehen? Ja, klar. Ja, klar. Ja. Ich habe ja von vornherein gesagt, dass ich nur zwei bestimmte heute richtig jagen werde. Aha. Toll, toll. Also soll ich jetzt als längstes überleben und die Luke suchen oder was? Genau, du hast jetzt quasi, du hast quasi den Freifahrtschein. Bei der Luke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Luke taucht auf, wenn man als letztes lebt. Sie macht Geräusche, also man muss dann hören und je leer man an die Luke rankommt, umso lauter wird sie. Irgendwas war noch mit der Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwie im Keller eher spawnt? Nicht im Keller, aber in der Killerhütte. Aber dafür musst du eine Opfergabe machen. Nehmen wir das mit. Und eine Sache noch zur Lukensuche. Niemals, die ist nie, nie nah am Rand. Nie. Okay. Nie nah am Rand, okay. Also einfach irgendwo in der Mitte. Ja, also ein bisschen halt vom Rand weglaufen, das reicht dann meistens schon. Mhm. Opfergabe. Ach, da. Ich wurde gefragt, ob es Spinnen in dem Spiel gibt, aber ich glaube nicht, oder? Nee. Jetzt habe ich den Ende nicht mitgenommen. Naja gut, es kommt drauf an, wie man diese langbeinigen Dinger da nennen möchte, die haben, wenn man am Haken hängt, ob man das schon mit einer Spinnenphobie nicht sehen darf. Laupi, du musst beantworten. Ja, eklig finde ich sie schon. Aber bis eben haben sie mich noch nicht an der Spinne. Ja. Jetzt schon. Warte mal, wie war denn das nochmal? Ich glaube, ich hieß mich da gerade an. Weird, aber. Ihr wisst, was ich meine. Achtung, Laupi. Wie gemein. Und ob ich sei einfach weggegangen. Okay. No. So. Ich bin mal gespannt. Also ihr dürft jetzt ausknobeln. Mhm. Entweder Schlaupi oder Vary als erstes. Nimm mich. Ladies first und so. Ich nimm dich. Alles gut, mach ich. Das heißt, ich werde einfach gar nicht attackiert, diese Runde, oder was? Ach, das weiß ich noch nicht. Okay. Solltest du mir zwischen die Augen, äh, vor die Augen laufen, oder? Sofort, dann da. Zwischen die Augen. Sofort. Zwischen die Augen finde ich gut. Komm, Laupi wieder. Weiß nicht. Aber ich habe mich umgezogen. Ich bin jetzt, ich sehe jetzt anders aus als vorher. Probier mal was Neues hier. So, erstmal hier Punkte abstauben. Nicht witzig, Vary. Oh, 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 Nacho. Nacho, fast. Nacho, nicht weggehen. Nacho, bleib hier. Weigere dich mehr, weigere dich mehr. Nein, er weigert. Irgendwann akzeptiert er. Und gleich miaut er. Gleich jammert ein Hund bei mir, weil sie denkt, warum kriege ich so Anfälle? Da ist sie auch schon. Ja, du bist die Nummer eins. Ja, klar, aber Katzen sind auch nicht. Ja, wo ist gar nichts, klar. Oh, cool wäre es, wenn er die Brille so ein bisschen runterziehen würde. Komm, wir kuscheln jetzt beide. Nacho, ich kling. Komm her. Oh, warte mal. Ich gehe mal kurz auf deinen Stream. Vielleicht reagiert der Nacho ja drauf, wenn er den, vor allem wenn er die Josie sieht. Warte, nur für Nacho. Nur für Nacho, nur. Nacho, du musst jetzt hier. Nacho, na, 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 na. Komm mal da, komm mal da. Nacho, Nacho, komm mal. Ja, interessiert dich dieser Stream von Wari gar nicht. Ey, nicht gegen mein Mikrofon. Guck mal, da ist ein Hund. Ja, ich weiß, du kannst nur nicht leiden. Guck mal da. Aua, du tust mir weh. Aua, du tust mir weh. Au. Ne, guck mal, er kriegt Panik. Pure Panik nenne ich das. Guck mal, Nachi. Entschuldigung. Der sieht ja auch Wari. Ja, eben. Schöne. Guck mal, er guckt einfach gar nicht hin. Das interessiert ihn einfach so. Er gibt einfach einen Fack drauf, wirklich. So, mach's. Ja, gut. Tut mir leid, Josie. Ja. Mach'n Cat-Command. Und dann machen wir wie oft die Katzen irgendwas im Stream versauen. Oder ins Bild kommen. Oder den Fisch anmachen. Den Fisch? Ja, genau. Ja, wir meinen den Kappel. Puttenfisch. Ja. Ja, der ist wirklich kaputt. Achso, ihr wartet alle auf mich. Tut mir leid. Ich mach's nicht. Ey, Katzen gehen vor, alles gut. Ja. Ja, das stimmt. Das meinen die nicht so, Josie. Sie sehen dich auch als Katze an. Ganz genau. Ähm, Maus, jetzt wird's schwierig. Ich muss spielen. Geh mal auf den Schoß. So ist fein. Oh, du bist aber ein bequemes... Zum nächsten Mal gab's Katzenrandale. Genau sowas. Ich wette, ich weiß, welche Map kommt. Ich wette, ich weiß es. Na, und welche? Wow, ich dachte eigentlich, Asuma hätte das Ding mitgenommen. Krass. Für APD. Gegen das Mastermind spielen. Masterminds können zweimal vorwärts stürmen. Und damit Verletzungen und Infektionen verursachen. Du kannst eine Infektion mit Erste-Hilfe-Sprays heilen, die du in Vorratskisten findest. Aha. Ich sage aber von vornherein, das ist das erste Mal, dass ich Wesker spiele. Also erwartet nicht so viel von mir. Wer ist dein Mastermind? Der Killer. Wesker. Das ist halt wegen Lizenzsachen können sie die, die Leute nicht... Zum Beispiel Pyramid Head heißt auch nicht Pyramid Head. Oder Scream heißt nicht Scream, der heißt Ghostface oder so, ne? Genau. Infizieren. Naja, er heißt ja auch Ghostface eigentlich. Achso. Scream heißt ja nur der Titel vom Film. Und wie erkennt man denn? Du hast so Krabbelfiecher jetzt bei dir drumrum. Ja. Und wie werde ich die los? Mit dem Erste-Hilfe-Spray. Oh, verdammt. Hast du dich jetzt eingepiloten? Wer bist du denn? Ich habe kein Erste-Hilfe-Spray. Ah! Ich dachte, du wolltest mich in Ruhe lassen. Alter, wenn du jaffst, ich lass dich auch raus. Das war krass. Das war ja richtig krass, ey. Das war ziemlich abgefahren, ja. Seh ich schon wieder gar nichts. Das hängt einfach schon wieder. Geil. Ey, ich hab nichts gesehen. Es hing. Es ist voll gemein. Du warst einfach da. Du warst da. Weißt du? Und ich dachte mir, hey. Ja, es hing einfach. Wenn du glaubst, werd mal hier einfach mal. Nee, voll gar nicht. Lohnt es sich jetzt dem Angebot, das Add-on zu kaufen, wird gefragt. Äh, welches Add-on? Das neueste? Du hast gesagt, du lässt mich in Ruhe. Ja, ist ja gut. Ich wollte dich nur mal anschlitzen. Entschuldigung. Okay. Bin doch schon weg. Danke. Oder bringen die nichts? Äh, Add-ons kaufen, also Spieler kaufen oder was genau jetzt? Ich weiß es nicht. Ich hab so ein Böhmer in mir. Frage, gebe ich eins zu eins weiter. Ekelhaft. Komm mal her. Komm mal mit. Ich hab da verblätzt jetzt für dich. Iiiiih, jetzt sind da auf meinem Bild auch so Würmer oder so. Ja, geil, ne? Das ist richtig abartig. Das ist ja richtig wekelhaft. Oh, ich hab mich halt nicht mal aufgedrückt. Wer war das? Ja, ich hab da drauf. Kann ich da sterbe ich davon jetzt irgendwie auch dauer oder so? Okay, ich muss mich erst, ich muss mich erst reparieren. Ja, vielleicht. Nein, ich glaube von den Würmern nicht. Ja, ey. Ja, ey. Oh. Oh, du wolltest mich in Ruhe lassen. Warum nimmst du? Ich wollte dich nur durch den Ding werfen. Entschuldigung. Ich bin gleich tot. Oh. Ja, das war, das war sehr gut. Komm mit. Ich trag dich ein bisschen. Ja, ey. Nimm mich doch mal mit. Ich zeig mir doch mal, wie es geht. Ja. Ja, wenn du hier einfach geschehenst. Dreh drauf. Hier so aufgespießt zu werden, ist geil. Häng jetzt mal ein bisschen ab. Ja, mach mal. Achtung, kommt. Kann sein, dass ich gerade ein bisschen am Längen bin. So ganz. War doch gerade einer. Ich kann mich nicht mehr ausreichend heilen, glaube ich. Nein, jetzt geht es schon. Ja, aber das war ich. Jetzt lass mich. Oh, daneben gedesst. Schnaufe. Vorher. Lass mich in Ruhe. Du hast gesagt, du willst abhängen. Nein. Ich bin alt, ich muss mich auch benutzen. Ja. Hättest du mal weniger geraucht, wa? Ich glaube, hier raucht ich gar nicht. Hör doch auf damit. Komm mit. Nee. Mit deiner komischen Sonnenbrille denkst du, du wärst cool. Äh, die anderen Charaktere. Ich bin ganz dunkel. Gut geschrieben. Gut geschrieben. Komm, komm, kommst hier auch hoch oben. Hoch oben. Von hier kannst du alles sehen. Geil. Ich glaube, hier am Spieß, noch ein bisschen Käse drüber und dann ist Judeo. Oder du machst eine Zwiebel auf den Kopf und ein bisschen Döner. Mit Würmern. Mit Würmern. Ach komm, nicht schon wieder. Manche mögen das. Extra Proteine. Hm. Du wolltest mich leben lassen, sag mal. Das hab ich... Ja, aber das hab ich gehört. Das musste ich machen. Also so sehr stinke ich jetzt auch nicht, dass ich zum zweiten Mal... Danke. Wieso hast du das gehört? Äh, du bist schnell in den Schrank gehüpft. Oh no. Okay. Alles, was man schnell macht, über Sachen rüberspringen oder so, hört man. Ach, verdammt. Okay. Oh mein Gott. Ich werd aber auch diese... Ich werd aber auch diese komischen Würmer einfach nicht los. Scheiße. Alter, in die Wand geboxt. Hohoho. Guck mal, hä? Hallo, Gorilla. Ach. Komm mal mit. Bari, komm mal mit hier. Kann mich mal einer von euch heilen, weil sonst bin ich gleich tot. Ja, an dem rumverbluten dauern. Also ich bin out of order und so. Hallo. Ein Stückchen Bari? Wie? Danke schön. Und wie werde ich jetzt diese komischen Würmer los? Äh, hier sind... Mit weißen Kisten. Genau. Wo sind Kisten? Äh, du müsstest, äh, weiße Schatten sehen. Auf der Map. Ah, ja. Dir geht's gut. Mal gucken, wer mich als nächstes hier ist. Aber wie komm ich denn da hin? Also da runter? Ach, da. Du willst also runter, ja? Ach komm, nein. Du willst also runter, ja? Ach komm, jetzt lass mich in Ruhe. Ach komm, jetzt lass mich in Ruhe. Was heißt denn Kasten? Lass es. Jetzt erst recht. Ja. Wie bist du denn du? Ich denke, du willst runter. Der Killer? Folge dir jetzt auf Schritt und Tritt. Ach komm. Wenn ich dich verliere. Ich weiß schlecht, weil der Killer kommt. Wollen wir den Spieß jetzt eigentlich mal umdrehen und einfach mal den Rio jagen? Ach komm. Nein, bitte nicht. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Wieso wollen nicht Leute fertig sein? Ja ey, wo kommst du denn jetzt her? Ich hab Angst. Oh, ich schlug' ein Frau aus, denn bitte sehr. Komm mal mit, Asuna. Alter, was machst du denn da? Kannst doch nicht hier... Ich hab mal einen Tourguide hier irgendwie... Ich hab mal einen Tourguide hier irgendwie... Was ist denn Tourguide? Ich weiß nicht, wo du bist. Oh mein Gott. Dankeschön. Ich wollte dich mal erschrecken. Hat das funktioniert? Nee. Okay. Ich kann mich gar nicht erschrecken. Ich bin nicht... Nein. Nein. Wieso konnte ich da nicht... Nein, da ist ein Busch. Guck mal, der Busch ist dein Feind. Wollen wir mal im Kreislauf... Oh Gott. Na? Was? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte doch mal. Ich lass mich in Ruhe. Ich bin zu jung zum Sterben. Guck mal, ich hab dir in die Phrasen gehauen. Sag mal. Was schlägst du mich denn hier? Rache ist hier. Äh. Und das passiert, meine Damen und Herren. Stell mich, meine Damen und Herren. Wenn man zu viel raucht. Ich sehe einfach gar nichts. Es hängt einfach. Es hängt. Wir wissen nicht, wo ich gestorben bin. Sag mal. Nein. Das Spiel kommt damit nicht klar. Ich hab doch die Geschichte gehört, du. Hallo. Hallo. So, bin jetzt erstmal im Lurky. Alles klar, Curry. Dankeschön. Weißt du mal hier? Hab sie zerkannt. Komm her! Nicht! Nein! Mein Flirt ist echt gezähmt überfordert. Scheiße. Na, Kleiner Wahn? Nein. Ja, gern. Sag mal. Wer ist denn da im Fenster? Was ist das? Oh nein. Och nein. ach lass mich in ruhe ja ich weiß ich hab dich nicht gesehen aber lohnt es sich denn jetzt sieht uns zu kaufen mit den anderen charakteren oder nicht einfach mal alle geholt um die auswahl zu es lohnt sich allein aus dem grund schon weil du halt so so die ganzen sachen freispielen kannst du die ganzen perks von den leuten und dadurch eine größere und bessere chance hast bei bestimmten spielen jetzt reicht es ganz ehrlich wenn du dich nicht bewegst dann lass dich liegen so und also ich würde es machen ich bin irgendwie aus dem spiel geflogen glaube ich kann mich nicht bewegen und ja ich versuche jetzt die grafik mal runter zu schrauben weil mein spiel kommt ja gar nicht mich los als killer übrigens in mehreren maps von vorteil die grafik nicht komplett hoch zu schrauben deutsch mich loslassen ja mach doch mal hier ja mach ich doch danke hierhin die heilen ja heil doch mal es wird langsam echt schwer das ganze hier irgendwie zu aber danke dass du mich zum heilen dahin getragen nein 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 ja ich weiß okay danke wir haben ja gesagt du suchst die luke bin ich jetzt als einzige noch drin oder was nein du kannst dich mit diesem spritings einsprühen reflex ja aber das kann ich nicht sprühen leider und so der läuft ziemlich geil sind hier noch irgendwo generatoren ich finde mich keine mehr ich würde ich gar keine mehr machen weil also mal hängt er jetzt so entweder rettest du ihn oder du gehst okay er hat sich hops gehen lassen und jetzt siehst du siehst ja unten das generator symbol und daneben ploppt gleich ein anderes auf das bedeutet die luke ist gespawnt okay so jetzt halten wir die klappe und du bewegst dich auch nicht mehr doch doch ich suche mit dir mit ach so wenn das ist auch nett kann ich mal aufhören zu stöhnen zurück 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 die luke ist da aber ich höre nicht doch das rauschen und im keller sein du kannst jetzt auch durch die luke laufen lassen aber ich höre keine luke ja weil er jetzt in einer nähe ist ja einmal rumlaufen hier ist ja hier aber ich höre nur dich das muss muss man das muss ja auch abwägen damit du weißt welchen welches älter unterliegt aber es kann spaß gemacht warte ich muss mir eine brille machen okay ich habe es jetzt nicht mehr hingekriegt tut mir leid war ich kann das nochmal machen möchte jetzt wer anderes sonst mache ich nochmal eine richtige killer runde ich würde sonst gleich nochmal klar machen aber ich muss erst mal 34 sekunden warten weil ich muss noch mal dinge machen und dann stream gucken also so sieht die grafik jetzt schon richtig ranzig aus das stört mich sehr schön hell und kohle mich eigentlich wieder einladen so wenn ich wieder da laupi einladen wir sind keine freunde bist doch schon also bei mir bist du noch drin ich will meine punkte umsonst ausgeben wo bleibt der kurze ja ich mach doch gleich ich guck nur gerade für google ist kann ich in welches welches ding haben also welche adams am besten sind ich krieg den rhythmus gerade nicht und es tut mir sehr leid war ja richtig albern sieht witzig aus ok ok ratze eulen auge hämmerchen naja also ich wie gesagt wenn also ich bin ja eher das survivor typ ne ich habe jetzt ich habe mir als allererstes die ganzen survivor runtergeladen damit bessere chance habe gegen die leute oder bin ich wieder für den anfang würde ich tatsächlich hier so ein expansion pack ins herz leben da sind entweder elf überlebende oder elf killer mit dabei ich glaube ein größeres gibt es gar nicht und du hast halt in jedem erden hast du mindestens ein survivor oder manchmal auch zwei dabei und hat einen killer und eine neue map also es kommt darauf an wie gesagt was was man halt lieber spielen will die kann man eigentlich noch mal sehen welche eigens für den killer sind hier sehr gute frage schwer wenn du normal spielst du hast zum beispiel jetzt ein survivor und du spielst ihn das erste mal wird hier tatsächlich auch angezeigt welcher das wurde mir auch gerade angezeigt ich konnte es mir noch nicht mehr merken du kannst über das die charakterinfo die gehen wir mal wieder anzeigen lassen links das dankeschön dankeschön und damit können wir nicht rumhäut zu spät nein ich sehe es noch weil ich die lege habe ja dann kommt wir haben schon lange nicht mehr die punkerin gespielt schön gab es sich minuten abklingzeit ja das hat einen grund ja kann ich schon verstehen gibt es als killer irgendwie eine möglichkeit wie sah das aus mit diesem mit diesem heilen wenn ihr euch gegenseitig halt dass man das kurz sieht bei killer bin ich tatsächlich komplett raus weil ich die sau selten spiele das ist so ein auge mit einem plus drin das ist bei mir auf englisch an der ruf der krankenschwester oder einer krankenschwester danke so er hat ja auch eine voiceline was hat die die spricht ab und zu ich finde die spricht alle ziemlich selten darf ja irgendwie auch mal was sagen ja nicht nur töten haben wir auch irgendwie so eine story und 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 zu den zu der abklingzeit zu den kurzen die community hat manchmal sehr hart übertrieben nein überhaupt nicht erst hieß es kurzer war gar kein problem plötzlich fing sie an mir zehn stücke auf einmal rein zu knallen bitte und da ist es tatsächlich mal so gewesen dass ich dass das so übertrieben worden ist dass ich nach eineinhalb stunden aufhören musste ja ich war nicht dicht aber ich musste ist es besser gewesen dass ich aufgehört habe dann habe ich das so eingestellt nur noch am wochenende aber auch da haben die leute dann guckte erst fakte sammelt und dann gab es manchmal so zehn auf einmal und ich dachte du kannst das auch als menge begrenzen gegen den streamer oder die streamer ich weiß aber aber da da wurde mir halt endlich weißt du schuppen von den augen sind mir gefallen meine community sehr giftig gegen mich nein gar nicht ich weiß gar nicht was du meinst blöhrl olala ich weiß gar nicht was du meinst oh wir sind irgendwo drinnen oder die station ja 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 das resident evil das ist ja wild ja gut schön ich wollte schon immer mal resident evil spielen barry mhm dann stellst du wieder fallen auf Oder wie hört man dich? Oh Gott, das ist der Hinterwäldler mit der Kettensäge. Tschüss! Wie macht man das? Also wie erkennt man den? Den ich allen verfolge. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Indem du was? Genau, schlag mal gegen das Fenster. Alles cool. Wenn die euch denn alle schon hier, äh, gefunden haben. Naja, das war das einzige Mal, dass ich jemanden jetzt in dieser Map gesehen habe. Einen ist nicht ganz richtig. Ja. Wer ist jetzt eigentlich Killer? Achso, Wari, ne? Wer ist Killer? Der Hinterwäldler. Ja, passt. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin mal wieder da. Ja, wir kommen zurück. Und ja, Schote, das ist so. Hallo. Ich verlaufe nicht auf die Sand einfach. Stopp, ich lasse uns in Ruhe. Wir haben ja gerade ein Date. Das Frauendate. Ja, ich darf euch irgendwie auch nicht helfen. Ja, weil ja nur zwei Leute. Ich könnte irgendwie jetzt da noch dazu joinen, aber... Nee, ist ein Date. Ja, ähm... Schade, ich dachte, wir könnten da jetzt irgendwie hier so ein Ding starten. Hat nicht gereicht. Ein Ding? Ein Ding. Was wolltest du denn hier schon wieder starten? Ja, so ein Ding halt, ne? Ja, so ein Ding halt. Aber ich finde hier gar keine Generatoren. Wenn ihr nicht wollt, dann halt nicht, ey. Sehr hart verwinkelt. Lehen die genauso aus wie die draußen? Ja. Nur die Lampen sind kürzer. Ach, ich höre einen. Hier darfst du mit ran. Das ist okay. Guck mal, Feuerwerk für dich. Ich finde heute gar keinen mehr. Was er in seiner Brotdose hat, wahrscheinlich Zigarren. Aber ich glaube, der ist eher der Kippentyp, Schode. Alter, Vary, lass mich in Ruhe. So, ich pups hier mal einen Toten hin. Warum möchte ich ein Baby schreien? Übrigens, ab wo Toten, wenn ich, wenn, man sieht ja jetzt so ein blaues Dreieck mit Totenköpfen. Und unter anderem hat es sein, dass du in dem Radius, wenn du dich dort befindest, sich zum Beispiel selbst heilen kannst und andere schneller. Gibt aber auch noch andere. Ich wusste, dass ich ihn gehört habe. Ich wusste nur nicht von wo. Er hat mein Tod kaputt gemacht. Mir steht da doch noch. Jetzt hat er es kaputt gemacht. Ich weiß, jetzt erzählt das. Wie leise er hier rumgeschnüffelt hat, so. Wie, nochmal? Kannst du es nochmal machen? Du willst ja nur klippen und dann irgendwie als Zaun verwenden. Schweinerei hier. Erstmal musst du den Zaun machen. Ach, halt, das ist schon. Ja, natürlich, was soll ich denn sonst machen? Nein. Ich will wieder meine Dose mitnehmen. Hier meine geile Brotdose. Was wird eine Brotdose? Ich habe eine Brotdose. Tschüss. Mach mit der jetzt Mittag. Oh, die gleichen Säcke. Nein. Oh, mein Kopf. Mein schöner Kopf. Warum? Achtet mich gar nicht. Ah, guter Versuch. Oh Gott, wer bist du? Oh Gott. Falsch. Ich habe mich aber auch erschrocken. Oh Gott. Hör doch mal auf, sind die alles. Kommt damit gar nichts klar. Wenn du nicht weglaufen würdest, könnte ich dich auch heilen. Ach so, ja cool. Also, ich, du musst auch nicht. Dann doch gerne, danke. Vorsicht, der kommt. Der kommt. Ja, ich höre ihn. Ich höre ihn. Oh Gott, er ist da. Oh mein. Ich bin hier irgendwie, ich hänge ein bisschen fest. Wenn er übrigens eine Kettensäge auflädt, ne, ist es ein One-Hit, wenn er sich dann betrifft. Okay. Ist man ein Überschlag gemacht? Ich bin gar nicht mehr da, Vary. Achte mich nicht. Nähme mich auch nicht. Ja, irgendwie. Killer kann ich nicht wegrennen, kann ich nicht. Ich denke jetzt einfach ein bisschen ab. Der Vary spricht irgendwie nicht mehr mit uns. Ja, der wird konzentriert. Oh no. Ja, Leute. Boah, das ist das Spiel, ne? Das macht mich ein bisschen fertig, muss ich sagen. Ja, dann hat das alles ein bisschen richtig. Aber ich finde hier drin einfach keine Generatoren, muss ich sagen. Wie gesagt, ist halt sehr schwer hier. Deswegen spiele ich die Map auch sehr ungern. Ich auch. Wieso spielen wir die dann? Die ist zufällig generiert worden. Achso. Ach, tut mir leid, Vary. Ist okay. Ist doch gerade noch irgendwer rumgelaufen, der verletzt war. Das war wahrscheinlich ich. Wo ist das nicht? Oh, ein super Kasten. Okay, ich habe abgesucht. Ich weiß nicht, wo die sind. Ha! Hallo. Hallo. Klein irgendwie. Das ist ein Herzschlag, das ist der Herzschlag, der ausgelistet, wenn der zu nah ist. Genau. Der wird immer schneller, je mehr ist. Scheiße, wo ist er denn? Ich habe genau gesehen, was du dagegen getreten hast. Oh, komm. Oh Gott. Ach, du auch hier. Ich habe es gerade kurz ein bisschen verkackt. Der alte Mann kommt! Der alte Mann kommt! Lass mich in Ruhe! Vary, du sollst mich in Ruhe lassen. Ich treffe halt nicht, ne? Ja, das macht nichts. Aua, doch. Tust du. Der ist doch hier irgendwo. 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 Vary, lass mich hier. Okay. Ach Gott, du bringst mir ein Geschenk mit, das ist aber nett. Oh, Entschuldigung. Ich finde halt hier die Gänse nicht, das ist so traurig. Los, 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 los. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin so dumm, ey. Vary, kannst du mal aufhören, mich die ganze Zeit zu befolgen? Ich treffe dich halt auch absolut nicht, ne? Das ist okay. Ich bin der Bewegungslegastheniker vor dem Herrn. Ja, komm, hier, mach du. Fliegender Wechsel. Aber ich, 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 ich lenk richtig gut, die Idee im Offen-Generatoren zu machen, ne? Ab, und dann könnt ihr die ganzen Generatoren reparieren, und er jagt mich halt. Sag mal. Plötzlich Explosion. Ja, hier oben, wenn einer noch... Lopi, komm. Wir sind zu dritt, jetzt. Wir beide. Gehen Sie ran an den Gän, bitte. Lopi. Vary, lass mich in Ruhe. Wo soll ich denn? Hast du noch Platz? Hast du noch Platz? Ja, eben durfte ich ja nicht. Ja, eben was, nur einer für zwei. Ach so. Je nachdem, welche Seiten wir blockiert sind. Kein Zweiermacher und dann sowas. Oh, da ist er. Wir schaffen das noch. Guck, sag ich doch. Ach shit, hier oben. Ich bin gleich da. Halt durch. Bleib gleich hier, bitte. Ach, danke. Ich kann nicht... Sie hat sich selbst geheilt. Oh, nice. Ja, das ist mein Ding, glaube ich. Genau, wenn sie sich... Wenn sie vom Haken befreit wird, wird sie geheilt. Ah, okay. Ach, Vary. Ist ja schon wieder hinter mir her. Das Tor direkt vor dem Gebäude ist offen. Sehr gut. Wo ist denn das Gebäude? Wo ist denn vor dem Gebäude? Hier. Direkt in der großen Halle, runter. Warte. Ich hab doch keine Ahnung, wo die große Halle ist. Oh, schau mal. Hier. Wo bist du, Laupi? Laupi! Ja? Wo bist du denn? Wo bist du denn langer Rand? Geh, 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 geh. Bin das schon irgendwie? Wo bist du denn, Laupi? Nein, ich werde dich nicht killen. Wirklich. Versprochen. Wo bist du denn? Ich glaube, ich bin in den Katakomben oder sowas, ich hab keine Ahnung. Bist du in den Keller gegangen? Ah ja, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ach, gucke mal. Ich stehe direkt an dem Tor, wo du rausgehen kannst. Ja, wow. Ey, wo? Wo bist du denn, du bist du jetzt in der großen Halle? Die macht halt gerade einen anderen Ausgang auf. Ich bin im Keller. Laupi, ich bin im Keller. Ich vertraue jetzt einfach drauf. Ich habe das andere Tor aufgemacht. Nee, so war die Wette nicht hier. Renn mal schneller. Ich hab gewonnen. Ich wollte dich einmal auflegen. Das ist schon ein Bowl für mich gerade. Nein! Die machen Sachen. Boah, das war knapp. Hui. Jetzt war es hier. Danke. Alles gut. Kann ich mir mal kurz sagen, wir haben es alle überlebt. Ja. Oder? Ja. War gut. Außer Bad. Bin nicht, gibt ein Klepp. Ich bin hops genommen worden. Das ist auch okay. Also, ich hätte dich wirklich rausgelassen, Laupi. So viel Ehre habe ich. Okay. Wo ist mein Perk? Ich will ihn wieder haben. Der andere ist scheiße. Aber gesundes Misstrauen ist ja okay. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Ach, ich würde es nochmal versuchen. Jo. Dann gehe ich aber einmal kurz auf Klo. Noch kurz. Ah. Wenn du auf Klo gehst, dann komme ich mal mit. Okay. Alles klar. Da ist er. Party. Ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Dankeschön, Gunny. Ich muss mal ganz kurz hier mal ausmachen. Danke. Wenn du schon so eine Nachricht bekommst. Wo kauft man eine Katze? Wow. Geh ins Tierheim, Kind. Hier ins Tierheim, Kind, sagt diejenige, sagt diejenige, die ihre Katze via Amazon bestellt hat. Hab ich gar nicht. Zumindest wurde die im Amazon-Karton geliefert, so wie ich das immer mitkriege in deinen Streams. Nein. Er steht nur auf die Kartons. Hallöchen, Chris, nein. Oh, nicht schon. Azuma. Azuma. Ich finde ihn einfach toll. Hallöchen. Ach. Entscheidungen. Hier einmal nochmal der Hinweis. Wir streamen gerade mit Ryuka. Schlaupi laupi. Mit Refresh, die aber gerade nicht am streamen ist. Und mit Azuma. Aber Azuma, du streamst, glaube ich, gar nicht, ne? Noch nicht. Oh, noch nicht, meine Freunde. Noch nicht. Noch nicht. Warte, wir kloppen hier wieder SOs raus, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ja. Okay, warte. Dankeschön. Gerne, wir streamen, fehlt noch ein bisschen. Äh. Sag mal, ich finde das dritte... Ich finde da mal bei den Hübschen reingucken. Wenn ich, wenn ich richtig schreiben kann. Welches suchst du denn? Hahaha. Sag ich nicht. Och, Mensch, da will er dir einmal helfen. Richtig so, Refresh. Ihr müsst euch einfach gedulden. Ich finde das schon noch. So, Leute. Ich bin jetzt Chris Redfield. Oh Gott, Fahri. Oh Gott, oh Gott. Hey, wir hatten jetzt ein Klo-Erlebnis. Hä? Dann habe ich das wohl vergessen. Wir sind jetzt Pinkel-Buddies. Das ist ja auch wirklich klar, ne? Ja. Wie war das bei Scrubs? Wir gehen immer zusammen pinkeln jetzt. Oh, das wird schwierig. Ach, da ist es. Meine Güte. Alles klar. Aber ich habe wirklich so eine schnelle Blase, ne? Also, frag mal Refresh. Das kann häufiger sein, dass ich da mal aufstehe. Aha. Ja. Ich trinke einfach ein bisschen Bier gleich. Ist ja Wochenende. Für die einen ja, für die anderen nein. Du, ich muss Sonntagnacht auch wieder schon rein. Shit. Nö, habe ich mir ausgesucht. Hm. Doppelschicht. Genau. Ja, ich dachte mir so, hey. Es wird extra gefragt. Möchte in jemand Nachtschicht reinkommen? Klar. Natürlich. Ich bin nachts eh wach. Was ist los? Da fehlt einer. Vahri, hör auf jetzt. Macht mich schon mit dem Push. Äh, Vahri, du müsstest noch aus dem, bevor jetzt ich drücke, aus dem Zuschauermodus raus. Hi. Sonst spielen wir nämlich nur zu dritt. Hallo, na. Ja, natürlich Merlock. Sie wird immer gemerlockt. Ich habe die Erlaubnis. Ja, das stimmt. Ich darf das. Bei mir darf das sich nicht aufregen. Ha. Ich wollte jetzt sagen, ich sage auch nichts mehr. Ist doch gut. Irgendwann ist das weg. Und dann passt das. Nein. Nein. Dafür, Kollege Schnürschuh. Oh Gott, okay, jetzt muss ich wirklich. Was passiert da gerade? Hey, 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 hey. Mach diese Stimmung nicht kaputt zwischen Ryuka und mir. Oh, Asoma. Komm mal. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Uh. Was passiert hier? Ja, Laupi, das dachte ich mir gerade auch. Das ist so ein Männerding. Los, lass die Muskeln spielen. Aha. Fühlt sich das gut an? Wirklich jetzt? Ich reiß euch alle mit ins Verderben. Mhm. So, welcher Muskel darf es denn als nächstes sein? Ah, je, je, je. Es ist unfassbar schön, die Gesichter der anderen so im Versatz dann zu sehen. Gut, dass ich nicht streame. Ich konnte nicht sehen, weil ich hier handeln musste. Super toll. Genau, Schote. FSK 18 Level activated. Wow. Ich kann nicht. In dem supporten wir dann noch mal was. So. Start oder was? Ja, wir warten eigentlich nur auf eine Person. Ja. Ja, ich darf dich fragen machen. Genau. Ich bin bereit, euch zu jagen. Oh, das ist aber nett. Das ist sehr lieb von dir. Bitte nicht wieder das. Oh, nee. Bitte nicht wieder das. Ich bin kurz Redfet und ich kloppe Steine. Also, Vorsicht, ja? Sind wir jetzt wieder in derselben Map? Nee. Nicht unbedingt, ja. Wenn wir Pech haben. Dann schon. Nur zwei Bäume. Aber wahrscheinlich auf die anderen Seite. Und Mori. Und eine Schachtel Dreck. Ich wollte gerade sagen, war das nicht ein Glas? Ja, ich wollte ein Glas sagen. Ich habe eine Schachtel voll Dreck. Ja, geh weg. Ja, das ist wie bei Dead by Daylight, weißt du. Einfach gegen Copyright streichst und so. Ja, fantastisch. Laupi denkt an die Urheberrechte anderer. Sonst kommt das große D und will mich verklagen. Ich habe eine Box voll Staub. Und das nennt sich Staubsauger. Wo seid ihr? Wie war das mit Nicer Dicer? Das ist im Übrigen dahinter welklar. Was, ich ging hier fest? Nein. Lass mich. Lass mich. Oh Gott. Oh mein Gott. Kleine Schmankerle für die Leute, die Survivor spielen jetzt hier gerade. Es gibt Büsche, die sind ein bisschen dicker und so und da könnt ihr euch drin verstecken. Ach was. Und wenn die Killer eine sehr hohe Grafik eingestellt haben, könnt ihr euch da nicht sehen. Ist mir gar nicht aufgefallen. So habt ihr mich also ausgetrickst immer. Was? Nein. Wo seid ihr? Ich finde euch. Nein, tust du nicht. Ich bin übrigens ein bisschen verletzt. Das ist jetzt dein Problem. Na komm also mal, wir streicheln uns. Ja, toll. Ich wollte eigentlich erst... Wer wurde da gerade geboxt? Weißt du, anstatt dass sie mithilft, ne? Nein. Der Jen. Lock lieber den Killer an. Ich durfte ja nicht mithelfen, ne? Jetzt war ich meine Dicke alleine. Äh, ich bin weg. Tschüss. Ich bin Chris Redfield. Ja, Chris Redfield. Wieso lauft ihr mir denn alle hinterher? Ich lauf Azuma hinterher. Ich hab das Gefühl, Azuma hat einen Plan in dem Game. Lass mich doch in Ruhe, Reflash. Geh doch mal weg. Wie, kein Feuer mehr? Was ist das denn? Ja, wir sind jetzt mal genug Leute, deswegen kill your friends. Na. Auch? Ja, das ist genauso hängen wie ich hier. Das wird's genau gesehen. Ich hab einfach gerade den Stein geschlagen. Das ist okay. Wo ist das? Ich da je... Ne, das sind einfach nur... Strohballen. Loll. Ähm. Das hab ich wegen der Azuma verloren. Ja, weil ich noch gejagt werde, also es ist es besser so. Oh. Oh. Ah ja. Und so? Ich glaub, ich seh die Action. Ich glaub, ich bin so losgeworden. Mhm. Warum liegt hier Stroh? Ja. Warum hast du ne Maske auf? Warum hast du keine auf? Oder auch nicht. Oh, gosh. Mama Mia, Mama Mia, Mama Mia. Wo seid ihr? Ich find euch. Oder auch nee. Wir sind verstellt. Du wirst uns niemals finden. Wie der Opa sich in die Kurve legt beim Rennen. Richtig sportlich. Gär finde ich auch. Ach man, ich mach euch immer nur leicht schaden. Aber ich krieg euch einfach nicht. Der Opa kann halt nicht anders. Er muss sich. Finde ich in die Kurve legt. Ich bin so gut im Generator benutzen. Oh, Leute. Hm. Ich bin irgendwie zu incompetent gerade. Was macht eigentlich Agi? Bitte? Oh, oh Gott. Da bist du ja. Hallo. Oh, Aua. So, jetzt muss ich nur noch so einen Haken finden. Hi, Flash. Hallo. Stimmt, du findest die ja nicht. Ja, richtig. Also. Wiggle, 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 wiggle. Scheiße. Also, ich seh von hier aus einen. Ja, ist ja schön für dich. Von rechts gehen rechts. Ach, komm. Ja, viel Spaß beim Freiwiggeln. Was macht ihr denn da? Die tanzen, glaub ich. Warum finde ich diese Kackhaken nicht? Ganz ehrlich. Es kann doch nicht so schwer sein. Oh, gleich macht's klatsch. Ich seh's jetzt schon. Sorry, Laupi. Irgendwie bist du gerade ein leichteres Opfer als die anderen. Ja, das ist kein Problem. Aber halt, ich krieg dich ja eh nicht. Ah, guck an. Guck mal, da ist einer. So sehen die aus. Ich hätte mich jetzt gewundert, wenn du den jetzt nicht gekriegt hättest. Jetzt musst du mich nur noch dran kriegen. Das war lustig. Bin wieder am Lurk. Okay, cool. So, wenn ich nicht finden. Niemand würde dich finden. Du bist bei mir. Ach, cool. Ich ging ja gar nicht so lang. Ganz richtig. Hä, wo ist sie denn? Hä? Was ist hier das jetzt? Einziger Haken, den die gefunden hat. Weg damit. Auwa. Ich hab hier Fleischwunden gehört. Ich bin dabei. Ja, weil ich will das. Leute, hast du mich gerade fett genannt, Chris? Jopi, hilf mal bitte. Entschuldigung. Nein, hier wird nicht geräuschen. Äh, nee. Grüße, Kowski. Hi, na? Was macht ihr dahinter? Hab ich dich jetzt wieder geschickt? Nee. Hä? Liegst du auf dem Boden? Ich lieg auf dem Boden. Ich hab dich nicht gesehen. Genauso wenig wie die Haken jetzt. Ich hab den Haken kaputt gemacht. Aber nee, der kommt wieder. Der ist doch schon wieder da. Hä, mich doof? Hm. Ich will keine Antwort haben. Genau. Also ich beobachte das und ich finde, es sieht witzig aus. Damit das bei mir genauso aussieht. Ja. War das Job. Was? Jo. Selbst machen. Da macht er erstmal mehr Truhe auf. Wo war denn hier? Warum war hier auf einmal Klaviermusik? Das ist im Saloon. Das ist im Saloon. Fischt. Aha. Die kommt wieder. Ja, okay. Lululu. Oh Gott, jetzt lass mich fliegen oder so. Aua. War nicht geschissen, die Petten-Säge zu verwenden. Die ist auch schwer. Aufladen. Ach so. Aufladen. Dass er die über den Kopf hält. Vernehme ich einfach ein bisschen aus den Augen. Drüber. Oh Gott, du bist ja immer noch hinter euch. Ah, da ist die Ecke. Ich komme nicht hinein. Ich komme nicht vorbei. Oh mein Gott. Ausgetrickst. Aha, it's a trap. Ob du mich verarschen willst. Weißt du, ich bin einfach hängen geblieben und du kriegst mich nicht. Oh Leute, diese Map ist wirklich kacke. Muss ich echt gestehen. Also es hat bei der anderen besser funktioniert. Wo seid ihr denn alle? Ach nö. Jetzt müssen wir den Ausgang finden. Haha, du bist ja witzig. Danke. Ich hab ihn. Oh. Ach, hör auf mich zu blenden. Dann nehm ich halt Laupi. Nein. Ich bin doch gar nicht da. Nicht an, wenn ich mich anstupsen würde. Ach komm. Komm wieder. Hör auf mich zu blenden. Nö. Nö. Einfach nö. Das ist in Ruhe. Ich hab noch nichts getan. Ich dachte, du siehst mich nicht. Hast du falsch gedacht. Aber ich hab dich auch ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich dachte, du wärst jemand anderes. Ja klar. Hallo. Ach nee. Ich guck in die andere Richtung. Hör auf. Ist das jetzt offen? Nein. Oh, hallo. Zack. Unterliegt sie wieder. Wir sollen uns langsam an den Ausgang wagen, ne? Der andere ist offen. Muskulösen Blumen. Wo ist der denn? Wow. Man stört mich zu heilen, ne? Wow. Also, also, We Flash Schote findet's göttlich, äh, wie uns beim Fangen zuzugucken. Oh. Was? Oh nein. Ich hab nicht aufgepasst. Oder? Oder überlebe ich das? Oh, ich überlebe es kurz. Hinter dir. Hinter dir. Lauf hinter dir. Nein, anders hinter dir. Welche ist hinter mir? Hier. 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 Wo muss ich hin? Ich bin verweht. Leute, hier lang. Dreht euch da um. Hier stehen. Ach da. Gehe so. Heize, wo seid ihr denn? Chaoten und Tour und so. Verflixt, verflixt und zugenäht. Aua. Ich seh nix. Ich seh nix. Hör doch auf. Raus hier. Raus. Jetzt heil mich doch einfach noch auf dem letzten Meter, ey. Wo zum Teufel seid ihr? Wer war denn dieser Ausgang? Das hab ich mich auch gefragt. Ich sollte nicht hingeguckt haben. Hier. Wo denn? Hier. Hallo. Leuchtreklame über meinem Kopf. Ja. Ja, wir sind voll ganz profizierend. Aber ohne Scheiß, wo war dieser Ausgang? Rechts neben den Geigen. Ach was, okay. Wo waren da Geigen? Oh Mann, ey. In der Mitte. Das war aber eine riesige Map, oder? Nö. Die war relativ klein. Ach komm. Entschuldigung. Nochmal, nochmal. Ja. Ich find's so witzig, wenn du der Killer bist. Mach einfach dieselbe Konstellation nochmal. Wenn ich der Killer bin? Ja. Es ist eine 10 von 10. Nein, eine 11 von 10. Okay, ähm, darf ich noch eine rauchen vorher? Ja. Ja, du rauchst ja relativ schnell. Du musst rauchen. Fantastisch. Ich versuch das nochmal. Und jetzt aber ein bisschen mit einer leichteren Map. Und ich nehm einen anderen Killer. Weil der, der, der killt mich ja. Ach, welche Map könnten wir denn nehmen? Ja, keine aussuchen. Nicht, nicht diese, diese Polizeistation bitte nicht. Aber den, den Schrottplatz? Meine Lieblings-Map gibt's nicht mehr. Also ich wär sehr dankbar, wenn wir vielleicht eine nehmen, die wir schon mal hatten. Was für, was für ne Opfergabe muss ich denn dann wählen? Eine der grünen. Hm, ich überlege gerade. Vielleicht die vom Anfang nochmal oder so? Also. Ja, ich hatte nur den zum Anfang. Garten der Freunde? Nee. Können wir ruhig mal. Obwohl, der ist, der ist echt, äh, übersichtlich. Ja, dann nehmen wir der's. Also ich nehm das Perk für den Garten. Soll es, äh, das hat ja Lizenzprobleme. Deswegen gibt's das im Moment nicht. Äh, Asuma, du meintest, dass das wahrscheinlich noch mehr kommt, ne? Ja. Ja, Ende des Jahres wahrscheinlich. Mit dann auch dem neuen Killer aus dem neuen, äh, äh, aus der neuen Staffel wohl. Zusammen. Heißt es. Ja, aber kriegt man dann, wenn man sich das dann holt, beide Killer? Glaub ich ja. Ist denn Curry noch da? Also es heißt zumindest, dass es wiederkommt. Aber dann ist es doch auch blöd für die, die jetzt, äh, das schon haben. Und für den einen Killer halt nochmal. Nee, ich glaub, das ist eher, wenn so gedacht ist, dass das, äh, freigeschaltet wird. Und wahrscheinlich der Killer dann extra kommt. Ah, okay. Weil die wollten ja unbedingt mal selber ein Spiel damit machen. Aber das hat ja scheinbar nicht funktioniert. Ach, dieses Spiel macht mich fertig. Hallo, ist das ein schönes Spiel? Ja, ist es. Aber es macht mich trotzdem fertig. Sei froh, dass wir nur unter Freunden spielen. Ja. Anders ist das noch schlimmer. Wobei... Aber das letzte Mal, ähm, als ich mit Katja, Ryuka und dir gespielt habe, da hatten wir doch einen Random mit dabei. Wo ich meine Rolle des Lebens gespielt habe. Ja, das ist auch sehr gut. Die hast du auch sehr gut gespielt. Ach, da war ich schon, da war ich schon stolz auf dich. Äh, was? Ja, okay, ich bin ready. Sehr gut. Das war echt schnell das Wochenende. Ich habe Angst, ey. Ich habe Angst. Also mal, ich vermisse so eine Hunde, wo wir den Killer zocken. Ja, das geht nur mit Vesca leider nicht. Der lässt sich ja nicht blenden. Ich bringe so eine Binde an Sonnenbrille. Oh, das war so schön. Der Killer hat einfach aufgegeben. Der hat dann mit uns mitgespielt. Der hat keinen Bock mehr gehabt. Und die anderen beiden Zouava haben einfach disconnected. Ja. Wow. Okay. Wir haben beide Taschenlampe mitgehabt und haben den wirklich mit laufendem Band, haben wir den fertig geblendet. Und dann guckt er uns so noch an, so. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, aber das Blenden ist ja auch fies, ey. Ja, das kann ich nicht verstehen. Also sagen wir mal so. Wir haben ihm dann aber auch Punkte geschenkt. Ja. Wären die anderen beiden nicht abgehauen, hätten sie auch Punkte gekriegt. Ich hatte mal eine richtig abgefuckte Runde. Da hatten, die waren richtige Pros, da habe ich als Killer gespielt. Und die hatten alle Taschenlampe mit auf höchstem Niveau. Und ich war wirklich zwei Minuten lang durchgehend geblendet. Bing, pium. Alter. Und ich habe sogar den Controller erst mal. Weg. Kein Bock mehr. Mach mal, da hast du Jill. Nein, ich bin gar nicht hier. Garten der Freude. Ahne hier schon mal. Nee, den hat er leider nicht. Das ist die Map der Dredge. Ah, das ist Goody. Goody kann was? Ja, danke. Oh Gott, nein. Hallo. Hi. Lassen Sie mich in Ruhe? Oh Gott, ich finde nicht gejagt. Sehr schön. Das ist ja laut, du. Oder? Nee. Oh, laut. Hey. Hey, du glaubst. Hi. Du warst mir auch stattdiensticher, wer du bist. Ich kann euch Weiber alle nicht aufeinander halten. Wow. Diskriminierungskeule. Ich habe doch so schöne Zöcke. Ja, eben. Wie heißt hier meine nochmal? Äh, Claire Redfield. Oh, mich nervt, dass ich nicht sprinten kann. Ja, aber du bist das für Killer. Das ist für Killer auch nicht gedacht. Die sind so schon viel zu schnell. Richtig. Oh, schaukelig. Warum kriegst du denn mich als erstes? Weißt du, lass den Vari halt in Ruhe. Das ist auf jeden Fall hier Tech-Team. Oh, da sind Farben und weg. So, wo ist jetzt so ein paar Kaken? Hast du schon mal den Himmel gesehen, Austin? Was? Ja, wow. Hast du schon mal den Himmel gesehen? Hallo, lass mich dich aufhängen. Und fertig. Ja, aber passt so, Dredge. Ja. Ah, ich häng jetzt hier ein bisschen ab. Bin du Gott so weit weg? Ja, ich bin ja... Ich bin gar nicht weit weg. Äh? Doch, von uns aus schon. Ey, das riecht mich auf mit dem dämlichen Raben. Oh, da kommt wer. Hättest du wohl gerne gedacht, oder was? Ach, Mann. Hör auf, mich zu blenden. Danke. Ich hab' aufgehört, dich zu blenden. Ja. Und die Tasche noch belehrt. Ach, komm schon. Ich hab' hier gar keinen Überblick. Ach, Mann. Das macht doch keinen Spaß. Wirklich. Und das darfst du dir zwei Minuten am Stück mal können. Dann macht das Spiel echt keinen Spaß mehr. Wo bist du? Wo bist du? Einfach weg. Bringst du weg? Oh, mein Perk bringt gar nichts. Ich kann Fallen legen, aber... Wurde ran. Äh, ja, an den Jen. Aber sie muss dafür draufhauen. Ja, ja, ich weiß. Deswegen sag ich, er bringt ja nichts. Ja, deswegen hab ich ja vorhin gesagt, den muss ich wieder loswerden. Oh, mein Gott. Ich hab nicht nur gehört, sondern ich denke... Toll, Bari. Toll. Ja, ey. Wieder abgeschmiert, der Mann, ja? Ja, ja. So, wo ist der für Haken? Nee, er hat den Jen knallen lassen. Ich will keinen Haken. Ja, genau. Deine Aufgabe ist, sie jetzt einfach rumzutragen, bis sie gewiggelt hat. Ja, genau. Ja, ich war ein bisschen zu weinen. Ich schaff's aber bis jetzt auch irgendwie nur Loppy aufzuhängen, ne? Ei, ich häng gerne. Übrigens, äh, gegen, äh, äh, Generatoren treten als Killer. Dann gehen die bis so wieder down. Okay. Aber auch nur die, die es schon an sind. Also, wo die, äh... Äh, Leute, ich... Nein, du stirbst nicht. Du stirbst nicht. Wir sind, Gott, wir sind auch so viele Leute. Der Haken ist geil, ja. Find ich auch. Na gut, daneben nicht. Tschüss. Ja, kein Problem. Was ist denn hier los, Alter? Ich dachte, das ist auch toll. Danke, Bari. Ich weiß, dass du mich opfern willst. Was ist denn... Was ist denn Phasmophobia-Funktion? Ach, lass mich doch in Ruhe, äh... Oh, die Falle geht doch irgendwann nicht eng. Ja, die hätte nur 45 Sekunden, die Falle. Du siehst mich doch gar nicht. Ich siehst ja dich nicht. Hä? Hä? Hör auf, mich zu blenden. Oh, ich glaub, ich bin hier voll vor... Nö. Oh, hör auf, mich zu blenden, sag mal. Du gehst mir echt auf die Nerven mit deiner Taschenlampe. Ich mach mit meinen Sticker-Code ohne Mist. Ja, ist ja gut. Du bist frei. Ist ja schön. Yeah, vielen Dank. Kannst du mal aufhören, mich zu blenden, bitte? Danke. Nein, Nih. Oh, hallo. Ich bin immer weg. Boah, dass die Jägerin die Axt auch immer erst noch sauber machen muss. Das machen alle. Sau nervig, ne? Das machen aber alle Killer. Wenn man nichts hat, braucht keinen Killer, ist so. Äh, ich hab... Fahri, wo bist du? Ich hab mal Däger drüben, zack, einen Tee. Hoffe, ich hab keinen Kopfschmerzen. Der Wein hat 16 bis 18 Prozent. Ja, ist doch nice. Äh, im Haus ist der Jen schon fertig? Ja, den hab ich fertig gemacht. Ach, schau. Nachdem du einfach aus dem Fenster gehüftet bist. Ja, ich... Weil ich blenden wollte, Mensch. Ich wollte retten. Der steht ja und läuft in andere Richtungen. Wie scheiße seid ihr denn draus? Wie seid ihr denn alle? Weg. Du Arsch. Entschuldigung. Wirklich? Entschuldigung. Hm. So, ich hab doch hier wen gesehen. Meine Taschenlampe ist leer. Ach, das tut mir aber leid. Oh. Äh, wie läuft das? Ich weiß gar nicht, ob ich dir folgen will. Ja, ehrlich gesagt. Wie ihr Fans. Ja. Oh, tschüss. Den schenke ich dir. Den Hit. Danke. Danke. Jetzt muss ich mir nur noch einen Haken finden. Da ist noch einer. Guck da, genau da. Oh, danke schön. Hallo. Ja, das war doof. Ich dachte, sie geht woanders hin. Hallo. Nee. Ich habe Wari verloren. Ah, da ist Wari. Ach, komm. Ich bin nicht Wari. Ich bin nicht Wari, Mensch. Was ist los? Wie geht's dir? Was habt ihr schönes gespielt? Alter, wie viele von den Teilen gibt's denn noch? Meine Güte, ey. Das macht doch keinen Spaß. Entschuldigung. Das Spiel bringt mich so ein bisschen in den Rage-Modus. Ach, das ist ja. Hi. Oh, hi. Hä? Ähm, mir geht's ganz gut. Hab ich dich? Hab ich dich? Ja. Ja. Alter. Ihr geht mir wirklich auf den Pist. Nee, das ist nicht witzig. Oh, gut schade. Nein, ist es nicht. Wer hat mich denn jetzt wieder geblendet? Hallo, Laupi. Na? Nein, geh weg. Geh weg. Wo bist denn du jetzt? Hä? Ja, ich kann zaubern. Fertig. Leute. Einfach weggepupst. Hoi. Oh, Gott sei Dank. Hä? Ey, Freunde. Freunde der Sonne, ne? Jetzt zögert das doch nicht absichtlich hinaus. Jetzt gewinnt doch einfach. Ich mach doch schon auf. Ich bin vor dir weggelaufen. Hallo, Laupi. Nein. Das ist nicht, Laupi. Ich dachte, ich wäre dünner als der Baum. Oh, das ist Laupi. Oh, scheiße. Schnell weggehen. Hilfe. Hilfe. Achso, ich hätte dich gar nicht aufheben müssen. Ich hätte dich einfach umbringen können. Kannst du dich auch nochmal hinwerfen. Danke, Guni Bär, für's Shoutout machen. Wie denn? Mit der R kannst du hinwerfen. Ich verstehe aber auch, als würde es um ihr Leben gehen. Ich hab dich einfach um, ne? Hä? Ich find keinen Haken. Ciao, ey. Jetzt raus. Raus. Alle raus. Man kann nicht denken. Man kann nicht denken. Okay, ich lauf instant in die falsche Richtung. Aber ey, oh, wo ist denn jetzt dieser Kack-Ausgang? Sie kommt. Ja, warum, warum, ja. Ich find diesen Ausgang nicht. Und Dutch Me. Und Dutch Me. Wo ist dieser Ausgang? Da, hier seid ihr. Ja, komm. Na? Weil die da alle gerade stehen geblieben sind, da graue ich aber nicht weiter. Ich möchte nicht mehr Jäger sein. Ich möchte das nicht mehr tun. Wieso? Läuft doch. Läuft doch gut. Haha. Entschuldigung, wie eine Granat, ne? Ach, da war ja noch jemand. Oh, Mann. Ich hab's grad aber auch nicht geteckt. Ihr habt euch alle gegen mich verschworen. Das ist so scheiße. Ja, das ist der Job, der Survivor. Ich wollt grad sagen, die bösen Survivor wollen überleben. Frechheit, sowas. Ja, ey, wirklich. Ich find das nicht fair. No. Einmal Gruppenknoten. Aber halt nicht den Killer. So, ich möchte das jetzt nicht mehr tun. Warum denn nicht? Du wirst immer besser. Ja, das stimmt. Also noch eine Runde. Nein. Ich möchte das nicht mehr tun. Komm, dann macht Laupi einen Killer. Ja. Ah. Komm, ich hab so überzeugend Ja gemacht. Komm schon. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Oh, Laupi, komm, bitte. Komm. Ich muss da auch zweimal ran. Richtig. Nur für dich, Laupi. Das ist ein Motivationsding. So, ich kann nur halt irgendwie gerade keinen auswählen. Äh, wann du noch einmal wechseln musst. Du bist als Zuschauer drin. Ja. Noch einmal. Jetzt bin ich als Killer drin. Ja, nochmal. Jetzt bist du richtig. Ah, okay. Pup. Anziehen. Hallo. Pup, den selbst. Das war ein Motivationspups. Aber ich kann das doch gar nicht. Noch mal dieselbe Map? Ich, oder was? Ja, ich hätte gesagt, dieselbe Map. Okay. Aber die fand ich voll verwirrend. Ja, warte, dann nehmen wir, ähm. Was war denn der Garten der Freude? Ja, die Freude hab ich schon gefunden. Äh. Haddonfield. Haddonfield, wie sieht das Icon aus? Äh, das ist so ein Schlüssel mit, äh, einem Schild dran mit. Nee. Au. Haddonfield ist, äh, ne, 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 ne Straße mit mehreren Häusern. Strode Immobilienschlüssel. Genau. Auf Deutsch. Zweite Seite, Mitte, zweite von rechts. Ja, brauch aber nur eine auswählen eigentlich. Ja. Na, dann haben wir es so zweit. Weil mehr, ähm, agieren gegeneinander. Das wird aber für mich die letzte Runde sein. Ja, für mich auch. Was? Ich muss ja irgendwie noch runterkommen. Ich muss morgen arbeiten. Ii. Ja, genau. Ii. Was ist, was ist, ich hab die nie... Oh, God. Oh. Das ist nicht witzig. Weißt du, ein wildes Variantus erscheint, fangst ein Variantus an. Variantus setzt was auch immer ein. Ja, das ist bei Stream Elements funktioniert das noch nicht. Das hat so lange keiner mehr benutzt, dass die es gar nicht ausprobiert haben. Der Nightpod kannte das. Schote, ich sag mal so, du hast gewonnen. Ja. Definitiv. Boah, zum 160. Mal los. Das kam von mir. Krass. Nur. So, ich töte euch jetzt alle. Mein Kopf hörst aber gleich aus. Das wird jetzt ein bisschen problematisch. Das kann nämlich sein, dass er zwischendurch ausgehen könnte. Hm. Warte mal, ich check mal kurz, wie voll der ist. Wo sehe ich denn das? Wo sehe ich das? Uh, das ist das Böse. Das überlebe ich glaube ich nicht mehr. Mhm. Machen wir schon mal den anderen. Ich höre Michael Myers-Missu. Ja, das ist seine Map. Hallo. Hallo. Hi. Ich dachte gerade, scheiße, die Killerin ist ja hier die... Oh Gott. Ich werde verfolgen. Wir haben zwei Killer on der Map. Was ist hier los? Du hast den... Ah, den hast du. Den mit der Gelmehrgang. Ah, den Mapar kenne ich noch. Da hattet ihr diesen komischen Krabbel-Dude. Der da noch mit angegriffen hat. Dieser kleine Kremlin oder sowas. Und wer... Ah, die Zwillinge mit Victor. Oh nein. Ja, irgendwie sowas. Oh nein. Äh, kacke. Oh no. Ah, nein. Oh Gott, ich werde nicht verfolgt. Die Gelbe Jacke wirkt. Die ist abstoßend. Die Gelbe Jacke. Das ist halt echt so. Keiner will den Mann mit der Gelbe. Bleib doch mal stehen. Hey. Wie ist es denn? Wie ist es denn? Wie ist es denn? Ich weiß halt gar nicht, wie weit weg ich von dir sein muss, damit es passt. Ja, jetzt passt es zum Beispiel. Oh. Danke fürs Gespräch. Ah, stimmt ja. Da war ja was. Oh, Laupi. Lass mich doch meine Ruhe. Ja, nee. Ich sehe dich gerade so gut. Ich weiß. Ich höre dich auch gerade so gut. Ja, gerne doch. Scheiße, das war, glaube ich, ziemlich dumm, hier runter zu gehen. Ich sehe niemanden. Aua. Wo bist du denn? Da. Auf dem Boden, würde ich sagen. Würde ich gerne aufheben. Ja, damit nur. Leertaste? Statt draufzuhauen? Nee, irgendwie, du wurdest mir nicht angezeigt zum Aufheben. So, wie komme ich hier wieder auf? Dann schaffst du mich auch hier drauf. Hat sich weggesneakt. Habe ich dich jetzt überhaupt dabei? Ich weiß noch gerade gar nicht. Ja, du hast mich dabei. Hör auf dich zu bewegen. Hör auf dich zu bewegen. Hallo. Ist dir irgendwas näher? Nee, irgendwie nicht. Gut. Oh, doch, Franzi, du weißt ganz genau, was ich meine. Ach, hör doch auf. Da bist du. Hallo. Wo bist du jetzt? Hatschi? Oh, lauf hier jetzt. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ja, du bist die Einzige, die ich finde. Was soll ich denn machen? Die stacken vor dir. Nee, du hast das. Ach, ich sag ja, die gelbe Jacke macht nicht unbedingt. Das ist so unsichtbar. Die Kessie hat das definitiv. Alter. Sach mal. Schwigung. So. Fertig aus. Und direkt noch vorm Haken. Ich glaube, es hat. Nee, es hat. Ich krieg so. Jetzt schloss mir, jetzt geht er aber auch weg, ne? Hihihi. Der Kee wird sich gesichert. Hier wird gekämpft. Ja, ich muss ja hier irgendwie mal so ein bisschen meinen Preis gewinnen. Ist schon weg. Hey, Laupi, jetzt verpiss dich da. Das geht so nicht. Oh, ich hab jemanden gesehen. Ich hab jemanden gesehen. Ja, geht doch. Da hinkst du auch. Da schlägt die Jägerin Haken. Nein, hier ist keine Jägerin. Alter, Laupi. Nicht schon wieder. Juma. Juma, schneller als du. Ich hab ja auch die gelbe Jacke an. Laupi. Hi. Also ich muss sagen, mit der gammeligeren Grafik funktioniert das Spiel viel besser. Nichts ja auch mehr. Laupi, du sollst mich in Ruhe lassen. Nein, du hast mich eben auch nicht in Ruhe gelassen. Ich lass dich auch nicht in Ruhe. Ja, okay, sehe ich ein. Come on. Oh nein, ich schalte jetzt, glaube ich, auch noch direkt endlich mal töten. Muss nochmal gehangen werden. Komm mit. Ich muss hier ein Haken. Oh nein. Was willst du denn hier? Hi. Ach du Mann. Ich hab genau gemerkt, dass du meine Hand hast. Ich dachte, wir sind Toiletten-Buddies. Ja, aber siehst du hier irgendwo eine Toilette? Ja, der Boden war ja auf der Map. Oh ja, bestimmt. Dein Mama ist da hingeschittet. Wo wird denn hier rumgehangen? Da hinten. Oh, da ist jemand. Hallo? Oh ja, der Mann mit der gelben Jacke, der regelt. Irgendwie habe ich diesmal unendlich Beiler. Ich finde das ein bisschen gruselig. Ja, ich auch. Das nennen, also wir nennen das hier Haken. Das gehe ich nicht. Wari, komm mal rein. Komm mal hier so hin. Da, wo es Bumm gemacht hat. Ich versuche, die Lobby hier irgendwie abzulenken. Bist du. Ich habe dich getroffen. Wenn du reinkommst, links. Gleich die erste Tür links. Naja, ich bin... Also ich glaube, ich höre dich lauf. So eine kleine Typischschritte. Wo seid ihr jetzt alle hin? Muss ich hoch? Hallo? Ich muss das denn ganz alleine machen. So viel zum Pinkeln, Bunnies. Ja, ich fäng dich nicht. Im Haus gleich links. Jetzt bist du runtergestritten. Ey, gut, jetzt auch mal Zeit, Azuma. Würde dich jetzt am liebsten direkt instant killen. Kannst du leider nicht. Ja, kann ich leider nicht. Dafür weiß ich wenigstens, dass hier ein Haken ist. Oh, Mari, danke schön für die Hilfe. Weißt du? Also, Entschuldigung, Chat. Ähm. Für mich bist du jetzt die Schildkrötenlaupi, aber du bist gestorben. Ich werde dich wieder zurückholen. Oh. Cool. Ah, ja, stimmt. Ah, hi. Darf ich jetzt eigentlich hier campen? Ich camp jetzt hier, oder? Achso, mach dich, lass dich hier hängen. Tür auf, jetzt reicht's. Jetzt kommt der unsichtbare. Mann. Versuch mal, ich rede. Ich weiß nicht mal, wo die Tür ist. Du siehst die, äh, äh, du siehst den Teil der Tür. Zum Öffnen. Ich laufe jetzt sofort raus. Ich habe keinen Bock mehr, gejagt zu werden. Ich bin unsichtbar, du kannst mich gar nicht sehen. Ich hab dich halt echt nicht sehen. Nein! Das ist aber echt so. Ohne Spaß, ich habe mich eine Sekunde weggedreht. Kann doch nicht wahr sein. Ich habe jetzt nicht mal mehr ein Beil zum Werfen. Das ist aber traurig. Habe ich dich getroffen? Ja! Nein! Unsichtbar! Aua! Weißt du, wenigstens getroffen. Das ist mein Ziel gewesen. Alter, der boxt sie mich auch noch raus. Wow! Dankeschön, ich krieg's ja mal von Dunnen. Tschüss! Hä? Ja! Hä? Schön zu Dunnen. Schön. Hast du ihn kommen lassen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, ein bisschen die Unsichtbarkeitsgänge. So neblich. Aber es lief besser als die ersten Male. Möchtest du denn noch eine Runde? Weiß ich nicht. Komm, noch eine Runde. Komm. Na gut. Gut. Hashtag Freehooks. Okay, was? Lol. Hä? Freehooks? Freehooks? Welche machen sie jetzt gern? Na, Laupi? Und wieso soll ich speichern, Schote? Ich kann hier nicht speichern. Speichert? Was sind das für Tricks? Spielstand gespeichert. Giauli! Weißt du, jeder andere müht sich hier ab. Ne, ich speichere einfach. Ja, genau. Wo brennst du denn jetzt, Dick? Komm her. Du kriegst auch noch einen Snack. Weißt du, das ist doch das Speichern kurz vor der Runde. Wenn du weißt, du verlierst den Pip. Dann lädt es einfach neu. Was kriegt das denn gar nicht? Nein, ich sterbe. Raus hier. Neuladen. Ich bin jetzt mal ein bisschen kacke. Warum bist du jetzt kacke? Ich mach mich, wenn du kacke bist. Was ist das für eine Frage? Uh, sind wir jetzt die Roten? Das stimmt. Jo. Einmal im Monat treffen wir uns und dann geht es richtig ab. Hey, was ist denn mit dem Tee los? Ist das Party? Oh, er hasst mich. Er hasst mich. Er hasst mich so sehr. Ja. Dauni. Ich glaube, ihr habt Katzenprobleme. Ich sag's euch, ich hab gleich eine Foto im Gesicht. Sack. Ob er ist so süß. Aber er hasst mich so. Der ist ja gut. Ist ja gut. Ich geh jetzt und geh jetzt. Der Blick ist halt auch 10 von 10. Fack nicht an. Das ist offiziell. Der fängt nicht. Baa. Friss dein Leckerchen selbst. Ja, der Dauni mag nur, wenn Dauni mag, aber... Friss dein Leckerchen selbst. Nur nach wie schnell steht. Hallöchen, Freaky. Ja, ich such grad noch mein Talent. Ohne Augen. Ich suche viele. Ja, ja, ey. Fühlig. Welches suchst du denn? Du bist aber wieder... ...herzlich, Alter, hier am Start. Was denn? Nix, alles gut. Guck mal, wie gekonnt ist, überhört dann, weißt du? Sie ist halt gerade hart im Struggle. Ich such mein Talent. Ja, DSDS, jede Staffel. Was kann ich denn jetzt nochmal bitte? Genau. Da fühl ich mich gerade. Wir sehen nicht alle gleich aus. Nein, wir sind... Ja gut. Rio hat wieder seinen Sexy Dress an. Ja, muss sein. Aber du und Reflash, ihr seht gleich aus. Ihr habt andere Haare. Ja, ich hab mich jetzt auch extra mal anders angezogen, damit du mir nicht die ganze Zeit hinterherläufst. Wow. Wow. Sie sind aber wieder rassistisch, Alter. Nee, sexistisch. Ich finde, das ist auch lustig. Nach der Runde muss ich aber wirklich ins Bett. Aber ich finde, wir können das öfter machen. Ja. Ich übe noch, bis dahin. Glaube, ihr habt immer Talent für dich. Naja, sagen wir mal so, es ist ja sowas anders, als wenn du online spielst. Ich hab immer Talent für sowas. Ja. M-m. Allgemein, du hast immer Talent. Oh. Also wir kamen da ein bisschen kotze mit hoch. Mir nicht. Ich mein das ernst. Mir auch nicht. Theo, halt die Klappe. Oh, ich seh euch gar nicht. Hululu. Hey, Loppy. Ich hab dich gelobt, lass mich. So ne Tricks wendet er jetzt an. Weißt du, die letzte Runde nochmal überleben. Nee. Mein scheiß Beil hatte ich einfach nicht getroffen. Ich könnte weinen. Zieh ich halt besser. Komm, wir ärgern jetzt ein bisschen. Ja. Wir sind jetzt in die letzte Runde. Wo ist sie denn? Ah, da am Haus. Denkst du, deine Kack-Taschenlampe kann mir jetzt was anhaben, ja? Ich bin hier im Rage-Modus jetzt. Ich muss jetzt in... Kannst du jetzt mal aus dem Busch rauskommen? Sag mal. Hakt. Hakt. Nein, es beilt. Es ist doch einfach in Ruhe. Wie wär's denn da mit? Nö. Sie ist mir echt auf den Sack. Mag dich nicht mehr. Achja, aber noch hinterherlaufen, ne? Das sind die Richtigen. Ja, ich weiß. Ich geh da hin und du kommst mir hinterher. Was soll ich denn machen? Ach so, ja. Natürlich, so machen wir das. Mich jetzt einfach in Ruhig-Such-Reflächlichkeit krieg ich wenigstens. Ja, denkst du. Oh, jetzt hab ich euch einfach alle fällst. Du läufst aber schön da hinten an den Autos lang, ne? Lauf mich zu beobachten. Ja, dann lauf halt zurück, weiß er. Ja, bleib stehen. Ist okay. Guck dich ruhig hoch. Wo bin ich denn? Weiß ich nicht. Aha. Am Haus? Ah ja. Ne, da ist ein Haken im Übrigen für Reflash. Ich würde gerne springen. Oh, hallo. Oh Mann, ich wollte doch hinterher und nicht... Ach. Nein. Ich hab jemanden getroffen. Du Loser. Wo bist du? Hier. Ich bin weg. Du kannst mich gar nicht sehen. Du kannst mich... Hey, was soll das denn? Ja, jetzt blende der auch. Wolltet ihr mich jetzt blenden, während ich ihn aufhänge? Sag mal. Ich kann doch gar nicht sehen. Aber ich bin dir die ganze Zeit hinterher gehuscht. Immer wenn du stehen geblieben bist und ich umgeguckt hast, hab ich mich gebückt, damit du mich nicht sehen kannst. Wo bist du hin? Ich hasse das, ey. Ich hab mich nicht gekämmt. Weg. Husch. Weg. Danke. Ach, da hinten seid ihr alle. Kann ich dich irgendwie nochmal sch... Oh. Kann ich dich nochmal schlagen? Ja, du kannst die ganze Zeit auf den Haken einschlagen. Ach so. Aber das ist okay, weil das bringt dir nichts, weil Azuma mir was Geiles geschenkt hat. Richtig. Guck mal, dieser Azuma. Tschüss. In diese eine Sekunde. Nein. Hui. Tja. Puh. Ah. Hui. Also ich sollte niemals irgendwie versuchen, jemanden zu jagen im echten Leben, glaube ich. Ich glaube, ich krieg das nicht hin. Ach doch, das warst du sehr gut. So, Wee vielleicht weiß ich gar nicht mehr, wo sie ist. Eigentlich müsste ich die mal wieder suchen. Ach, guck mal da. Hui, daneben. Ja, tritt die Palette. Ist richtig. Ich kann nichts sehen. Es bleibt sonst. Richtig, richtig. Genau, lauf gegen das Auto. Richtig so. Lass mich doch bitte in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Ich hab dir nur ein bisschen Licht gegeben. Die Erleuchtung. Ja. Ah, der ist schon fertig, der Gem. Ups. Nun. Oh, der auch. Schön. Schön. Ja, hast du mich verloren? Ja. Ja. Upsi. Hast du mich vermisst? Oh, verdammt. Was ist die denn? Am Haus. Außenrum. Ja, bei mir. Jetzt vorm Haus. Außenrum. Egal. Nochmal geblendet. Alles cool. Danke fürs Retten. Mit der Geisterlampe. Geh mal doch. Ich weiß, dass ich, äh... Ich weiß. Ja, ich weiß, dass ich die kaputt machen kann. Irgendwie, manchmal. Ey, ey. Aua. Und ich komm aus Hessen, Karlsberg. Die Hesse kommen. Also aus Prinzip schlag ich nochmal auf in Rio ein. Wow. Einfach das Eilaufdruck von euch. Ich tue dir nichts, Weißer. Nichts tue ich dir. Ich hänge einfach ein bisschen mit dir ab. Und dann sowas. Das war's mir sowas von wert. Das war's mir sowas von wert. Ah, Miss hat mich mir gereist. Ah, herrlich. Hey, du hast mich zum Hänge gebracht. Schnellegge, komm her. Ich möchte nicht angefasst werden. Bitte lassen Sie das. Oh, Camper mag doch keiner laubi. Ich schnauze. Du hast doch Talent. Hallo. Guck mal, diesmal läuft doch irgendwie bei mir. Ich habe euch alle schon mal irgendwie getroffen. Ich brauche hier nur einen Haken. Wo ist denn hier so ein schöner Haken? Meiner wäre wieder frei, ne? Nicht schnauze. Guck mal, ob ich hier noch eine Kitsch finden finde. Ach, Asuma. Oh, ich weiß halt nicht, wo hier Kisten sind. Das ist doof. Ich bin halt kein Gen mehr. Wo ist denn der letzte noch? Es gibt immer, wenn einer noch zu machen ist, gibt es immer zwei bis drei Stück, die noch sind. Je nach Map. Einer ist zum Beispiel vor dem Haus in der Mitte. Ah, okay. Oh, diese Kackfliege. Zum, zum, zum. Sie setzt sich die ganze Zeit auf meinen Arm. Das ist richtig unangenehm. Wer ist denn da am Haus langgelaufen? Kann sein, dass ich das war, aber... Jemand von euch schreit hier doch gerade die ganze Zeit. Ja, genau. Genau. Oh Gott. Einmal anfassen, bitte. Oh ja. Okay. Das habe ich gebraucht. Alles klar. Obwohl, warte, ich halte dich ja. Ja, Moment. Es redet wir auch weg. Aber wir sollten weg. Oh nö, nö, die ist dann natürlich nicht mehr hier. Das würden wir hören. Ich habe eben was gehört, deswegen. Ja, aber solange es nur das rummisst. Gut. Gut. Au. Oh, die blöde Kuh. Der war gut. Oh, no, no. So, erst. So, ich hole ne Kischt. Oh, 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 oh. Ach, hör doch auf. Oh, oh. Ich mache schnell den Leuten fertig. Oh, der Scheiße. Ich sehe ihn auch nicht liegen, ne? Hei. 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 Was? Poale-laub hier heute? Ja. So, ich schau mal auf. Alles klar. Gute Nacht. Spass euch allen noch. Gute Nacht, Huai. Nacht, Huai. Danke nochmal. Ach, campen wir wieder? Mhm. Hm. Gar nicht wahr. Ich will hier nur ein bisschen... Ein bisschen was? Abhängen. Oh Gott. Hallo? Heaven as day. Wo bist du hin? Wischte ich nicht. Wird langsam eng, sag ich mal so, ne? Dann sind wir wieder am Kämpfen gegangen, oder was? Was? Ihr seid zu schnell. Oder ich bin einfach zu langsam. Wie sagst du doch? Guck mal. Hi. Suma! Hör jetzt auf damit! Không, toll bis heute. tust du mal wieder seine... Nein! Oh. Nicht anfassen! Aua! Nicht anfassen, Pintchen. Ich bin nur hier um zu putzen. Ich wüsste nicht aus wie eine Putzfrau. Wenn du wüsstest, was ich schon weggeputzt habe. Meinst du, wie ich mir so eine Kleidung leisten kann? Das sind so belaute Duschvorhänge. Lass mich doch bitte in Ruhe. Juhu! Sehr gut! Sehr gut! ich antworte mal gleich was denn wolltest du hier an das tor einfach weil ich es konnte für die befriedigung so und jawohl ich hab das tor geöffnet ich bin alles alles klar alles gut entschuldigung könntest du das bitte sein lassen ich wollte doch einfach nur mal gucken ob mein kleid riecht ich hab einen kill gemacht ich bin glücklich ich bin stolz auf mich ich sag nicht woher ich komme ist egal welche stadt oder jetzt nicht würdest ich würde weder nein noch ja sagen wiesbaden oder war das meins das war doch der insider so laupi machst du noch weiter oder nicht das ist eine gute frage mhm danke höre ich nicht nur ein dedo hört ihr jetzt alle auf oder was also ich bin raus ja was der hört auf also ich werde ins bett gehen müssen mhm muss morgen arbeiten da könnten wir ja noch ein paar punkte fahren also wenn du mitmachen willst bist du herzlich eingeladen na laupi wir brauchen eine antwort ähm ja so ein zwei runden oder so würde ich noch mitmachen aber dann muss ich auch ins bett weil ich auch morgen früh einen termin habe immer dieser ausremmetermin und sowas hier ja entschuldigung ich hab halt eine nachhilfe schülerin was soll ich machen mhm weniger nachhilfe geben genau was hast du gesagt weniger nachhilfe geben ja entschuldigung irgendwie ja ist alles teuer ja ja zeit mit uns auch ja die rechnung kommt ja ja das muss ich überhaupt machen so dann werde ich meine zuschauer mal zu der bezaubernden laupi rüberschicken dort kriegt ihr den 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 richtigen guten content ich wünsche euch noch ein schönes restwochenende und bis zum nächsten mal tschüss hoffen nö tschüss und willkommen der kam unerwartet Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020